Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Sammelzimmer. Ich bin der Jakob und ich war wieder auf Reisen und habe eine neue Roomtour für euch gedreht. Besser gesagt sind es drei Roomtouren, weil die Person, die ich besucht habe, drei Räume hat. Wobei einer der Räume ist kein Raum, der ist ehrlich gesagt ein Kino und zwar ein ziemlich geniales Heimkino. Und das hatte ich so hier auf meinem Kanal auch noch nicht. Wir hatten zwar schon einige Heimkinos, aber noch nicht so etwas in dieser Art, weil das, was ihr gleich seht, ist wirklich ein professionell installiertes Heimkino. Und das war schon sehr, sehr faszinierend. Außerdem gibt es diesmal auch was Musikabes für euch, eine Vinyl und aber auch Filme natürlich, weil zu einem Kino muss man ja auch irgendwie ein paar Filme haben, die man da gucken kann. Aber der Dennis, oh jetzt habe ich seinen Namen gesagt, der Dennis, ich war beim Dennis zu Besuch. Der Dennis sammelt auch ganz klassisch Figuren, Spiele und all so ein Kram an Retro-Sachen, Figuren, Büchern, Heften, wirklich ganz, ganz viele Sachen, wofür er auch einen eigenen Raum hat. Und auch das haben wir uns natürlich gemeinsam angeschaut. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß bei dieser neuen Roomtour hier auf meinem Kanal Sammelzimmer. Viel Spaß. Noch, noch mal, noch mal. Viel Spaß. Ich bin der Dennis, ich bin 42 Jahre alt und bin wie ein Kino-Fan und konnte mir endlich den Raum hier... Was? Nein. 해도? Ho normal. Was? Ich bin 42 Jahre alt. Ich bin 42 Jahre alt. Ich bin 42 Jahre alt. Ich bin 43 depende Arme Minister. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich bin nicht mehr alleine vor der Kamera, sitze standesgemäß wieder in Kinosesseln, wie es sich seit mittlerweile drei Ausgaben gehört und habe jemand neben mir, den ihr nicht kennt, weil er ist ein Social Media Dinosaurier. Wer bist du und was machst du hier? Ja, ich bin Dennis und ich wohne hier, also nicht im Kino, aber in diesem Haus. In diesem Haus. Jetzt hast du gesagt, dass wir in einem Haus wohnen, ist das okay? Also in einem Haus sind? Vollkommen okay. Also es ist ein Haus, aber wo? Das ist vollkommen okay. Andere Nummer. Ja und wie gesagt, ich kann ihn nicht verlinken, ich würde euch jetzt hier gerne was einblenden, aber ihr werdet nur das hier sehen von seinen Sachen. Nur das, was wir heute hier im Video haben, wird der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ich habe eine E-Mail-Adresse. Das ist eine E-Mail-Adresse. Ja, die bringt uns nicht so viel in dem Fall. Aber ich glaube, es wird schon mal ganz klar von Anfang an, in welche Richtung die Reise heute geht. Ja. Weil wir sitzen hier wirklich in einem Heimkino und in einem wirklich, ja, professionell eingebauten Heimkino. Richtig. Und das ist schon, das habe ich so auch noch nicht gehabt. Ich saß zwar jetzt schon in so Heimkino-Geschichten, aber auf die Art und Weise ist das schon nochmal, ja, drei Stufen drüber. Aber ich würde trotzdem, ich will jetzt noch nicht sofort hier ins Inhaltliche gehen, sondern einfach mal, auch wenn du jetzt kein Social Media hast, das werden wir heute noch häufiger hören, weil es mir Spaß macht. Aber wer bist du denn? Willst du ein bisschen was über dich erzählen, damit man mal ein Gefühl hat, wer hier eigentlich sitzt? Weil so, ich bin der Dennis und das war's. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen, hm. Ja, das ist ein bisschen wenig, ne? Ein bisschen dürftig. Ja. Nee, also wie gesagt, ich bin der Dennis, ich bin 42 Jahre alt und, ja, bin ein Riesen-Kino-Fan und, ja, konnte mir endlich den Traum hier in unserem eigenen Haus erfüllen. Wie lange hast du diesen Traum jetzt schon? Boah, also das ist auch schon. Viele Jahre eigentlich. Viele Jahre. Ich bin immer gerne ins Kino gegangen und, ja, also ich hab die Begeisterung immer mit nach Hause gebracht. Merkt man gar nicht. Merkt man überhaupt nicht. Aber dann tut's mir leid. Vielleicht soll ich nochmal ein neues bauen und dann... Ja, wäre gut. Das wäre schon schön, wenn man das auch mitkriegen würde. Nee. Genau. Und ich hab mir immer gerne Filme auch angeschaut, Serien und war da immer schwer begeistert. Und ich dachte, das wäre doch mal was Cooles, sowas noch zu Hause zu haben. Und dann hast du dir diesen Traum erfüllt. Genau. Also, was ich immer wichtig finde in der Vorstellungsrunde, eigentlich ist totaler Quatsch. Also, gar nicht wichtig, aber ich finde für Sammlerei ist es wichtig, nämlich dein Alter. Weil ich finde, du bist 42. Ja. Und es gibt immer so einen kleinen Einblick da drauf, was ist das für ein Mensch, in welcher Zeit ist er aufgewachsen, welche Filme haben ihn geprägt, welche Serien haben ihn geprägt, welche Inhalte. Da wirst du mit jemandem, der jetzt nach den 2000ern geboren ist, wahrscheinlich doch große Unterschiede haben jetzt zu dir. Ich hab seine Sachen hier schon gesehen und man merkt das schon. Allein so He-Man und solche Geschichten, das findet man ja doch eher bei unserer Generation, sag ich jetzt mal. Ja. Die so alle End-80er, 90er-mäßig aufgewachsen sind. Aber ist nur Kino deine Leidenschaft oder sehen wir hier heute auch noch was anderes? Also, wir können uns jetzt auch zwei Stunden das Kino angucken. Ich hab damit gar kein Problem. Wirklich gar kein Problem. Nö, ich auch nicht. Nee, ne? Überhaupt nicht. Ich bin zwar oft hier drin, aber es ist immer wieder schön, hier reinzukommen. Das glaub ich dir. Nö, ich bin auch ein leidenschaftlicher Musikhörer und hab hier halt nebenan auch eine nette Plattensammlung stehen und ja, dafür bringe ich auch gerne Zeit mit. Kannst du hier drin auch Platten hören theoretisch? Ähm, könnte ich theoretisch, das habe ich aber keine Kabel irgendwie. Okay, macht das Sinn? Also, also audio-technisch, weil Kino ist ja nicht gleich Stereo, ne? Das ist ja ganz, ganz verschiedene Welten. Richtig. Du kannst das natürlich wahrscheinlich im Stereobetrieb betreiben. Genau. Wenn man das denn möchte, aber... Aber prickeln würde das nicht klingen, weil die gesamte Technik hier einfach wirklich auf Filmen ausgelegt ist. Und auch alles wirklich perfekt eingerichtet, eingemessen und und... Das sah richtig verrückt aus. Wir waren so mit zwei Laptops dann auch da und jeden einzelnen Lautsprecher dann angesteuert. Und ja. Da können wir ja gleich nochmal, wenn wir uns hier mal ein bisschen bewegen in dem Raum nochmal drüber sprechen. Du hast aber auch noch da, hinter dieser Wand, die ihr jetzt nicht seht, da ist noch ein Raum mit, also wirklich so ein Sammlungsraum. Ja. Das ist das Lager. Ja. Nee, was hast du vorhin gesagt? Das Sammelsurium. Ja, das Sammelsurium. Das Sammelsurium. Ja, genau. Also da sind diese ganzen schönen bunten Dinge, wie ich immer sage, drin mit Filme und Figuren und He-Man-Schwerter. Viel zu sehen. Viel zu sehen. Also da werdet ihr heute auch auf jeden Fall auf eure Kosten kommen. Aber ich würde jetzt trotzdem sagen, bevor wir uns jetzt hier festsetzen, wir gehen mal los und du erzählst uns mal ein bisschen was zu diesem Kino. Ja. Wie das vielleicht entstanden ist, was hier so alles drin ist, weil ich bin schwer angetan. Es ist wirklich Kino. Es ist wirklich Kino, Kino. Kino, Kino, Kino. Ja, ich habe schon auch gehört, dass es quasi einfach aus einem großen öffentlichen Kino ein Stück rausgeschnitten worden ist und quasi hier in den Raum einfach reingesetzt worden ist. Dann bewegen wir uns jetzt mal ein bisschen durch den Raum. Ja, gerne. Können wir gerne machen. Gut. So, jetzt stehen wir. Ja, untypisch im Kino, genau. Eigentlich untypisch, aber trotzdem ist es vielleicht auch nochmal, um ein Gefühl für den Raum zu kriegen, so im ersten Moment ganz interessant, mal zu sehen, wenn hier jemand drin steht, weil ich habe es vorhin auch schon gesagt, bevor du uns jetzt gleich hier alles im Detail erklärst, der ist gar nicht so groß, der Raum. Nee. Der ist wirklich nicht groß. Knapp 17 Quadratmeter hat der Raum insgesamt nur und das ist, ich sage mal so, von der Größe her ein ganz normales Kinderzimmer. Das kommt natürlich ein bisschen auf die Verhältnisse an, ne? Ja, das stimmt, aber in einem Haus 17 Quadratmeter, das ist schon ein kleinerer Raum auf jeden Fall. Genau. Ja, ich habe mich mit der Firma Grobi irgendwann in Verbindung gesetzt und habe dir meine Wünsche mitgeteilt und quasi auch mein Budget, was ich zur Verfügung habe und ja, dann hat man sich zusammengesetzt und dann werden dir einem erst richtig die Augen geöffnet, was sowas nicht nur kostet, sondern was ein Aufwand das auch einfach ist. Mit der Summe kommen wir nicht weit. Ja, genau. Da habt ihr noch irgendwie die Möglichkeit ein bisschen zu sparen, ne? Ja, ja, klar. Und ja, so kam dann eins zum anderen. Du hast zwar wirklich eine längere Wartezeit, aber irgendwann standen die Jungs dann hier vor der Tür und waren insgesamt noch zwei Wochen hier. Krass. 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 Ja, dann lassen wir das eben so. Die Kinosessel habe ich über einen Zwischenhändler. Die habe ich jetzt zum Beispiel nicht direkt von Grobi. Grobi hat natürlich auch tolle Sessel in meinem Angebot. Absolut. Ich musste ja natürlich auch sehen, dass ich ein bisschen mit meinem Budget hinkomme. Und trotzdem wollte ich auch noch für mich einfach ein bisschen mehr Kinofeeling haben, indem ich mir nicht hier so einen Luxus-Ledersessel rein stelle, sondern habe mir über einen Zwischenhändler halt Kino-Stühle besorgt. Die kommen ursprünglich von Rügen. Ich stand in einem großen Hotel, die hatten einen eigenen Kinosaal dort, wurde aber so gut wie nicht genutzt. Und dann hat das Hotel gesagt, das brauchen wir halt nicht mehr und habe dann angefangen, die Sachen über diesen Zwischenhändler zu verkaufen. Und ich habe dann mir sechs Stühle ausgesucht. Es war ein nackter Raum und hier ist alles von Grund auf gemacht worden. Hier wurde gedämmt, hier wurden diese Paneele, Steinpaneele wollte ich schon sagen. Es sind ja wirklich Steine. Es ist ja... Genau, es ist Naturschiefer. Es ist Naturschiefer, aber das sind so Platten, die dann da drauf gesetzt werden. Richtig. Richtig, ja. Und auch hier oben Dämmen. Genau, alles Absorber, genau für den... Absorber, ja. Genau. Also der Raum hier wurde schallakustisch optimiert. Ja. Ja, genau. Also das ist... Ich weiß gar nicht wie viel Wolle oder Dämmmaterial generell hier drin. B2-Matten. Ja. Also es ist... Was hier drin B2, das kenne ich doch früher aus meinem Auto. Ich hatte ja so ein getuntes Auto mit so K-Heilchen und da hast du immer B2-Matten in die Tür geklebt. Ich glaube, z.B. das Podest, wo du drauf sitzt... Ja, das... Nee, das wird hier... Dann kann ich auch Eier schallen wahrscheinlich, wenn jemand packen. Das sieht ja aber nicht so schön aus. Ja, das stimmt. Das sieht ja nicht so schön aus. Ah, dann mit Schwarz anmalen vielleicht. Wie? Ja? Z.B. das Podest, wo du drauf sitzt, das ist komplett mit Dämmwolle. Einfach vollgestopft worden. Ausgestopft. Genau, wirklich ausgestopft. Ja. Die Seiten auch, ne? Die Lautsprecher sitzen immer vereinzelnd. Ach, hier sind auch noch Lautsprecher hinter? Also im kompletten Surround habe ich insgesamt sieben Lautsprecher. Ja. Sieben Lautsprecher. Vier an der Decke habe ich noch und insgesamt vier Subwoofer sind hier noch mitgearbeitet. Also das ist ein, auch wie du hast es mir vorhin schon mal gesagt, ein 7.4.4? Ja, genau. 7.4.4. Sagt man 7.4.4. Genau. Aber es ist ja eigentlich 7.4.4. Also das heißt sieben Lautsprecher, vier... Genau, die Bass-Lautsprecher quasi. Und vier sind dann Atmos-Lautsprecher. Und vier sind dann Atmos-Lautsprecher. Oben an der Decke. Genau, für die Atmos. Das war mir wichtig, dass man auch Filme... Hier geht's schon. Dali. Dali, ja. Wahrscheinlich werden ganz viele Grobi-Leute, die... Grobi-Anhänger werden das... Dali wird am meisten verbaut. Aber ich saß bei Grobi in Karst, saß ich bei denen halt in der Hauptzentrale da und hab mir halt wirklich unglaublich viele Lautsprecher mehr angehört. Auch ohne zu wissen, was so eine Marke das ist oder was die... Warum geht's ja auch nicht. Total egal. Und die haben sich wirklich für mich am besten angehört. Schön. Die haben sich eigentlich wirklich am besten angehört. Und? Ich hab siebenmal den identischen Lautsprecher im Surround. Das ist der Dali Oberon On-Wall, so heißen die. Das sind extra, extra dünnere Lautsprecher. Die konnte man hier einfach mit am besten verarbeiten. Den nutze ich auch als Center. Achso, du hast als Center nichts Separates? Ne, genau. Das sind sieben die identischen Lautsprecher. Klingt so ähnlich. Ich dachte immer, man muss unbedingt beim Center auf was anderes gehen. Muss man nicht. Muss man nicht. Muss man nicht. Gut zu wissen. Muss man nicht. Also es gibt natürlich viele Center-Lautsprecher, die natürlich davon ausgelegt sind. Aber das funktioniert so mit denen auch. Oder ist das dann vielleicht auch so ein Ding, dass es auf die Gesamtkonfiguration vielleicht ankommt? Dass es bei manchen Systemen schon Sinn macht, da einen Center-Speaker zu integrieren. Und bei manchen wiederum nicht. Und wenn du dann so einen richtigen Ausbau hast, vielleicht auch nochmal eine ganz andere Nummer als bei jemandem, der sich jetzt zu Hause so seine fünf Lautsprecher halt einfach klassisch hinstellt. Ein bisschen genauer wurde das in dem Grobi-Video auch nochmal erklärt. Gut, dann werden wir... Grobi, gut. Dann werden wir unseren Technik-Talk mal nicht zu sehr machen. Wir können uns nur blamieren. Aber mal fragen, bist du ein Technik-Mensch, was sowas angeht? Oder hast du da jetzt auch gesagt, ich mag das, ich finde das geil, ich will das haben? Ich bin Technik interessiert. Genau, ich will sagen Technik interessiert. Also ich versuche schon zu wissen, was ich hier habe. Ja. Auch, ich sag mal zum Teil warum, aber ich sag mal so 100% in die Materie. Ne, das ist mir... Ist dann auch nicht dein... Ne, genau. Dafür hast du dir ja die Fachleute. Genau. Ich bin da eher dann der User anstatt der... Kann man sowas, also jetzt aber mal aus deiner Reihen Benutzersicht, kannst du so hier auch mal, wenn irgendwas nicht funktioniert, selber was einstellen oder nachkonfigurieren? Muss man das überhaupt, weil Stromausfall, der Receiver verliert seine Einstellung, was weiß ich sowas, das kann ja passieren. Genau, das heißt, einmal hatte ich das, aber dafür gibt es einen Backup-USB-Stick, den kann ich einfach wieder drauf und dann ist das Soundformat, ist dann wieder wirklich optimal eingestellt, so wie das auch eingemessen worden ist. Okay, okay, okay. Und du hast aber auch seitdem wirklich also gar nichts anderes nachgestellt, nie irgendwas neu konfigurieren müssen, weil ich finde sowas wichtig mal zu hören, weil ich kenne es von mir selber, ich habe zu Hause ein Surround-System, ich habe kein Heimkino, ich habe einen Fernseher und einen Lautsprecher. Ja, so bin ich auch angefangen. Klar, und habe die selber eingestellt, aber das ist ja dann schon nochmal irgendwie ein anderer Schmack, soundtechnisch. Ja, na klar. Also ich fahre auch zum Beispiel nur die Auromatic, also die Auro 3D-Variante, ich höre nichts anderes sonst. Ich könnte hier in Dolby Atmos umstellen, ich könnte in 7.1 umstellen oder was auch immer. Das geht alles, aber für mich hört sich die Auromatic einfach am besten an und das lasse ich bei jedem Film auch einfach laufen. Deswegen, ich muss hier nichts umstellen, ich muss einfach nur anschmeißen und los geht's. Kannst du hier auch streamen? Könnte ich. Also ist aber nicht eingerichtet? Ich habe nebenan den Cube von Amazon. Ah, okay. Das ist nämlich die einzige Box, die mit Kabel verbunden wird. Der Rest ist immer... Kabel? Genau. Gut zu wissen. Und wenn ich mal was streamen sollte, was extrem selten ist, weil ich halt mir die Sachen lieber kaufe. Was bei so einem Setup irgendwie auch Sinn macht. Genau. Weil da merkst du den Qualitätsunterschied von Disc zu streamen. Absolut. Noch merkst du ihn. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass das sich in der Zukunft nicht noch mal ändern kann. Bestimmt. Es wird ja immer besser alles. Genau. Aber die Disc ist momentan noch das Lampus Ultra, was Sound und Bild dann halt auch angeht. Okay. Hast du Favoriten? Also nur mal so für die Leute da draußen. Du hast jetzt hier ein Kino. Wo würdest du sagen, Leute, wenn ihr wirklich geiles Bild wollt und einen geilen Sound, kannst du da drei Filme so aus nennen? Da sind drei Szenen drin. Die müsst ihr benutzen, um euer Soundsystem zu testen, zu konfigurieren. Herz auf Stahl kann ich empfehlen. Also ist ein Antikriegsfilm, aber verdammt gut gemacht. Den Sound fand ich wirklich grandios. Das ist Fury, ne? Der Panzerfilm. Ja, genau. Richtig. Mit Brad Pitt. Und wichtiger Fact, den müssen wir jetzt einmal bringen. Shia LaBeouf spielt auch mit. Der hat sich am Set wochenlang nicht gewaschen, bis sich die anderen Leute beschwert haben, dass er sich doch mal waschen solle. Weil es ist ein Kriegsfilm, die konnten damals nicht, ne? Ja, genau. Die sind rumgelaufen, wie... Eine Rolle ernst genommen, ne? Ging halt nicht. Ja. Und der ist ja dafür bekannt, ne? Dass er sowas macht. So hab ich's gelesen. Ja, find ich gut. Irgendwann hab ich gesagt, er muss jetzt waschen. Wir halten den Geruch nicht mehr aus. Wusste ich selber nicht. Aber find ich top. Find ich gut. Er hat sich auch mal für eine Rolle komplett tätowieren lassen. Obwohl man das kaum gesehen hat. Absurder Mann. Stark. Obwohl ich muss sagen, am absurdesten von allen Schauspielern, die ich überhaupt kenne, ist für mich Tom Cruise. Also wer vier Minuten die Luft anhalten kann unter Wasser für eine Szene in Mission Impossible. Also... Mission Impossible, gibt's da was, was man hier auch empfehlen kann? Ich find die sind durch die Bank weg ganz solide. Ja. Von Bild und Ton. Ja. Ähm... Ich hab zum Beispiel noch einen Film, wo ich den Sound auch wirklich verdammt gut fand. Der Film selber war leider nicht so das Gelbe vom Ei. Äh... Moonfall. Muss ich dazu sagen. Hat einen geilen Sound gehabt. Ich muss weg. Ich kann das nicht. Ich hatte... Also ich hab... Ich hatte mal einen Film-Podcast. Ja. Ich hab auch wieder einen Film-Podcast an dieser Stelle. Binge & Boost. Zusammen mit der Watchdog. Hört da gerne mal rein. Aber... Moonfall ist ja wohl... Also ich hab mich damals, ich glaub 15 Minuten... Ich hab nichts anderes getan als gemeckert, weil ich diesen Film eine unfassbare Frechheit fand. Also wenn du bedenkst, ne? Roland Emmerich und äh... Ja. Der kann's. Ja. So was kann er. Also Independence Day oder was... Die waren grandios. 2012 macht auch Megaspaß. Kein guter Film. Macht aber Megaspaß. Fand ich... Fand ich auch gut. Moonfall hat er nur Nerf. Ja, schnell. Aber der Sound war super. Ja, das glaube ich. Ja, der Sound war... War top. Deswegen hab ich's auch, ich sag mal, bis zum Ende durchgezogen. Also ne? Okay. Das Ende war natürlich auch... Sehr traurig. Gibt es... Das würde mich jetzt mal interessieren, wenn du schon sagst, du hast so ein Heimkino... Quälst du dich durch sowas dann auch mal aufgrund der technischen Aspekte durch? Weil du sagst, ich will jetzt das... Ich will diesen Klang, ich will das Bild, weil das wirklich gut aussieht. Aber der Film ist unausstehlich. Also mit einem meiner besten Freunde treffen wir uns einmal die Woche und schauen uns dann wirklich zwei Filme auch bewusst dann an. Wir haben auch was Neues da mal zwischen. Ich hab noch eine Online-Videothek, bin ich noch angemeldet, da krieg ich jeden Monat vier Filme nach Hause geschickt. Neue, alte, alles, was ich auf die Liste halt setze. Was gibt's noch? Wo man eine Disc nach Hause kriegt? Ja, genau. Das ist die Disc per Post nach Hause. Und da hab ich auch mal einen Blockfilm hieß das damals. Und genau das hab ich auch gemacht. Und die sind dann zum Videobuster sind die geworden. Ach, okay. Wusste ich nicht. So heißt die Seite im Netz. Und da bin ich noch angemeldet und dort krieg ich jeden Monat immer noch vier Filme nach Hause. Das ist so ein bisschen so vielleicht in anderem ein Blockbuster-Video aus der guten alten Zeit. Da war schon eine 80er, 90er, so eine Kette in Amerika, ne? Ja. Von einer Videothek her. Ja, genau. Muss mich mal wieder hinstellen. Kann ich die ganze Zeit sitzen. Ja, genau. Aber es ist halt auch, also Leute, hier kann man sich vorwiegend jetzt erstmal über die Sachen unterhalten, weil es ist natürlich dunkel hier drin, es ist schwarz. Man sieht ja auch nicht viel. Darum geht's ja auch ein bisschen, ne? Also hier kommt auch null Licht rein. Wenn ich das Licht ausmachen würde, ist es so stoppunster, ne? Dass hier einfach die Atmosphäre stimmt. Ja. Aber es sind, ich werde nochmal gucken, also man sieht ja von den Lautsprechern, aktiv sehen wir drei Stück. Wir hängen da oben die beiden klein und dann da hinten an der Wand sind noch zwei Stück. Genau. Aber erklär mir das jetzt mal, weil da oben hängt einer oben, da hängt noch einer unten. Was, was, wie muss ich, ich kenne das bei 7.1, das Teil 2, da, da. Ja. Aber warum hängen da direkt zwei übereinander? Das ist jetzt auch ein bisschen dem Raum natürlich geschuldet. Wir haben hier auf jeden Fall nochmal eine Schräge, das war natürlich eine super Herausforderung. Du verlierst ungefähr noch einen Meter, weil dahinter die Technik noch sitzt. Die Leinwand muss ja auch irgendwo aufgehangen werden und so weiter, ne? Klar, logisch. Das verballert alles Platz. Ja. Und so ist es genauso dort. Dahinter ist auch ganz viel Dämmmaterial, das zur Wand und so weiter dann hin. Und dahinter sind die Lautsprecher zwar verschwunden, aber du hättest den ja hier bis zur Tür, weil die ja tiefer ist als der Türrahmen, ging das nicht. Sonst hättest du die da oben auch nicht mehr gesehen und die hier unten auch nicht. Okay. Aber welche Konfiguration ist das jetzt? Welche beiden hängen da? Dolby Atmos ist das. Beides? Alle arbeiten im Dolby Atmos System. Alle im Atmos System. Genau. Ob du die siehst oder nicht, das ist alles, ich sag mal, Lautsprecherstoff. Mhm. Die sind zwar schön schwarz, ja klar. Die sind schön schwarz, aber da kommt alles durch. Ja. Also der gesamte Sound kommt da durch, genau wie hier. Das ist ein schalldurchlässiges Tuch und dahinter sind auch Lautsprecher. Und das wird dann richtig so auf Spannung gebracht wahrscheinlich? Genau. Das sah schon verrückt aus, als die Jungs das da drauf gespannt haben. Mit zehn Mann! Das reißen die gleich kaputt. Das ist bestimmt auch widerstandsfähig, das Material. Ja, garantiert. Spannung wie ein Trampolin. Krass. Hast du das schon probiert? Lieber nicht. Lieber nicht. Lieber nicht. Das Budget ist ja aufgebrochen. Das Budget ist auch, ja. Du, ich find das wirklich, also ich find die Atmosphäre hier drin, die ist richtig toll. Ja, wie ich ja schon gesagt habe, auch Filme gucken macht ja auch Spaß. Vielleicht können wir uns ja noch mal so ein bisschen sehen. Ja. Vielleicht, wenn wir das gemacht haben, können wir das hier jetzt reinschneiden. Ja, ich seh's. Kaledas Maschine aus Akira. Das ist eine lizenzierte Sonderausführung. Nicht die Maschine! Vergiss die Maschine! Hey Frau, ich glaub das ist Artemis! Aber auch hier ist es ja die Maschine gesaugt. Mit Druckzeugen. Null! 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 Du, aber dann lass uns mal, also wir kommen nachher nochmal wieder hierher, so zum Schluss. Mhm. Aber ich glaube, also, du kannst gern noch was erzählen, was dir einfällt, aber ich denk mir so, das ist halt, das muss man erleben, weißt du, das ist so, das kann man sich ja angucken, das ist auch sehr faszinierend, aber ich wüsste jetzt grad nicht mehr, was ich noch, ob ich was vergessen hab, und dafür bin ich nicht der Fachmann. Zwischendurch fällt uns bestimmt noch was an, dann hauen wir das nochmal raus. Wir können mal gucken, ob du das mit der Kamera, kriegt man den Beamer da, das Guckloch? Sieht man den? Weil das ist auch ein Schlachtschiff, das Ding. Also das werdet ihr noch sehen, das steht im Raum nebenan. Genau. Das zum Beispiel war auch... Ich guck mal, da irgendwo sieht man es. Ich hält es vielleicht auf, aber wir zeigen ihn euch nochmal von der anderen Seite. Ja, genau, genau. Weil dann ist klar, was das für Ausmaße sind. Das zum Beispiel war auch witzig. Bevor Grubi dann hergekommen ist, mussten wir dann selber eine Kernbohrung machen. Und das ist eine tragende Wand. Und die ist natürlich dann recht dick gewesen. Und das musste ja einen gewissen Durchmesser haben. Ja. Weil du musstest ja von da oben, das Bild soll ja hier genau drauf projiziert werden. Und durch den geringen Abstand. Ja. Aber ich wollte natürlich auch das größtmöglichste Bild halt. Ja, selbstverständlich. Wie jeder Kino. Selbstverständlich. Ne? Betreiber oder Benutzer. Ja. Möchte halt so groß es geht das Bild natürlich haben. Und mehr ging nicht auf der Entfernung. Und es musste dann, ein Hunderterdurchmesser musste das Loch dann groß sein, damit das passt. Krass. Ja. Da sind die hier mit dem Bagger, sind die hier angerückt. Das haben dann die Wand aufgestemmt. Wahnsinn. Ja, du darfst ja auch nicht so viel kaputt machen. Also wir haben es an dieser Seite dann gemacht. Ja. Weil von der anderen Seite ist ja normale Wohnwand noch die hier oben. Ich würde auch sagen, wir gehen als nächstes in den Raum nebenan. Die Sammlung überheben wir uns von Schluss auf. Weil da gibt es am meisten zu entdecken und zu sehen und zu suchen. Ja. Eine Frage habe ich noch, die musst du natürlich nicht beantworten. Du weißt welche ich stellen. Ne. Das kostet sowas hier? Eine Menge Geld. Eine Menge Geld. Es ist alles gut, das ist eine Frage, die stellt man automatisch. Ja, das weiß ich wohl. Ihr wollt wahrscheinlich im Grobi Video beantreten. Ja, weiß ich glaube ich gar nicht mehr. Vielleicht so ungefähr. Also ich sag mal so, Technik kann man ja ungefähr ausrechnen. Die kannst du bei Grobi kaufen. Stühle habe ich halt nicht von Grobi, die musste ich mir extra kaufen. Man muss natürlich Material und Arbeitszeit. Zwei Wochen hast du ja vorhin gesagt. Zu zweit. Und zum Schluss kam ja noch ein dritter und hat ja noch eingemessen und so weiter. Ein paar Schrauben mitgebracht. Aber trotzdem an der Stelle, ich würde es auch einfach sagen, sowas hier, das ist natürlich richtig nice to have. Aber ich finde, was ich für mich mittlerweile festgestellt habe, was ich so witzig finde, ich bin ja auch so ein Technikmensch und ich liebe guten Sound und habe schöne Lautsprecher. Und trotzdem merke ich manchmal im Kern, wenn ich hinten in meinem Sammelzimmer sitze und diesen kleinen Öddel-Fernseher, der hat mit der kleinen Zoll für Soundbar, ich habe da gefühlt, genauso viel Spaß. Ich glaube, wenn man ein Kino hat, ist das eine andere Relation. Aber man kann auch mit kleinen Mitteln wirklich auch geile Ergebnisse haben. Also ich glaube, selbst wenn du sagst, du willst ein Heimkino, kannst du bestimmt mit wenig Mitteln viel mehr erreichen, als einem das so vorstellbar ist. Allein mit dieser Einmesstechnik und so, das haben die meisten Leute ja alles gar nicht. Wenn ich, ja genau, das ist natürlich gerade den Zugang zu. Obwohl, wenn du die heutzutage in den Receiver kaufst, ist immer so eine Rakete, so nenne ich das mal, mit so einem Richtmikrofon ist dann dabei und dann spucken die Lautsprecher ja immer so einen unangenehmen grellen Ton aus und dann wird halt wird dann ausgemessen. Und das habe ich früher halt auch gemacht. Und witzig ist es auch, ich habe früher, wenn ich mal jemandem erzählt habe, war so, ja ich habe ein Kino, also das Kino habe ich dann. Jetzt stellt sich jeder als erstes vor, ja hast du einen Raum, Beamer hin, Sofa, Leinwand so, weißt du? So im Keller, Wände nicht tapeziert, ein bisschen feuchte Ecken. Und das finde ich immer ganz schön, wenn dann jemand als erstes zu uns kommt und uns dann besucht oder so, sondern mich dann besucht, dann machst du hier mal die Tür auf, also immer noch für die, die es auch interessiert. Ich habe auch Freunde, die haben auch schon gesagt, so, ja das ist nett, aber das juckt mich jetzt nicht so. Das versteht man dann immer gar nicht. Stehst du, wie jetzt? Das findest du nicht? Ein sehr guter Freund, hat mein Sammelzimmer mal gesehen, ich habe die Tür aufgemacht und ich so, hier, guck, 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 ist das nicht schön? Und er war ein Spielkind. Und ich dachte nur so, ja, so, ich glaube, ich glaube, wir nehmen mal das Stichwort und gucken mal, was wir spielen. So, bevor wir jetzt hier anfangen zu reden, also ernsthaft zu reden, weil es wird jetzt ja ernst. Oh. Also sehr ernst. Sehr ernst. Ich bülde keinen Fehler. Genau. Alles wird bestraft. Perfekt. Cool. Ich habe ja schon erklärt, wer du bist. Ja, okay. Dass ich dich nicht verlinken kann, weil du ein Social Media Dinosaurier bist. Ja. Und. Ich bin da wie Hamburg. Da werden wir. Hast du, hast du. Dann werden wir da auch noch mal ihn drauf festnageln, warum er heutzutage sowas besitzt und es der Welt nicht teilen will, aber dann Video haben will. Ist ja klar. Aber jetzt fangen wir einfach mal an. Gut. Gut. Vielleicht liegt sie ja. Nein, wir gehen hier jetzt mal rein. Die Tür haben wir mal zu. Schöner für das Bild oder wir legen sie an, damit wir noch mitkriegen, was hier so im Haus passiert. So, das Wichtigste zuerst. Ich glaube, der Modus der Kamera ist falsch. Das Wichtigste zuerst. Da ist das Ding. Das ist kein Detail. Da ist das Ding. Ja. Also ich meine. Ja. So und so und so und es ist schon, das ist ein Klopper. Das ist ein Klopper. Dürfte, dürfte um 20 Kilo, glaube ich, liegen das Teil. Wie viel Spaß macht das da drauf, also das da drauf zu stellen und das da auszurichten. Müssen wir, müssen wir die Grobie Leute fragen. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich stelle mir das gerade vor, weil wenn du hier, du hast ja gesagt, wir haben es ja eben von der anderen Seite so halbwegs gesehen, dieses Loch in der Wand, da steht dieser Beamer hinter und dann musst du den ja auch hier oben irgendwie ein bisschen bewegen und einstellen können, bis er dann optimal steht. Ich stelle mir das irgendwie nicht so einfach vor. Vielleicht haben sie ihn auch nur gerade davor geschoben und haben dann alles. Den Rest digital per Fernbedienung gemacht, ne? Ja, Wahnsinn. Also ich habe das Teil auch nie wieder angefasst, seitdem ich ab und zu mal wische ein bisschen Staub drauf, mache das aber ganz vorsichtig, dass ich nirgendwo drankomme oder irgendwie das verwackelt oder was, weil das soll natürlich genauso. Das wäre eine Katastrophe eigentlich, ne? Ja. Das kannst du auch nicht mit einem USB-Stick retten. Höchstens, wenn hier so viel Staub drauf liegt, dass ich dann sagen kann, okay, so muss das bestehen, aber ansonsten keine Ahnung. Ist das hier direkt der Raubmilder dann hier? Ja. Falls das Ding anfängt zu brennen. Das ist eine der wertvollsten Sachen hier. Ja, stimmt. Einmal, Dufi, du hattest vorhin gesagt, Epson ist das, ne? Also von Epson. Das sind die, die auch die Drucker herstellen, oder? Ja. Was stellen die noch her? Also es ist wie Yamaha. Die stellen alles her, vom Motorboot bis zum Fahrrad bis zum Plattenspieler. Die Yamaha stellen wirklich alles her, ne? Keyboards. Keyboards, Receiver. Ja, genau. Gar nicht schlecht. Also Yamaha. Hatte ich früher auch mal einen. Gute, gute Marke. Hatte ich früher auch mal einen. Gute Marke. Aber wir kommen nochmal eben, damit wir dieses Kinothema nochmal ein bisschen haben. Hier ist der Receiver dazu. Richtig. Denon. Jo. 7,39. Boah, das sind ja. Siehst du, da hast du mich jetzt erwischt. Das weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf, welcher das ist. Das ist wahrscheinlich 7 Kanäle und Dolby. Atmos. Ich glaube sogar, dass er 13, ne? Hier kann man natürlich stets auch, 11 Kanäle hat er insgesamt. Und 7 sind jetzt angesprochen. Genau, und das ist ja eine Endstufe nur für die Subwoofer. Ach, das hier. Ich wollte es vorhin nämlich schon fragen. Was ist das hier in deinem Serverschrank? Ja, genau. Ich dachte erst mal, das sind so Filme, die du da auf Festplatte gespeichert hast oder so. Nee, nee, nee. Oh Gott. Das wissen wir ja, er mag ja das Haptische. Ja, richtig. Aber eine Festplatte ist ja haptisch. Das kann ich spielen dann. Ja, das stimmt auch, aber mache ich trotzdem nicht. Nee, und die ist bedeutend tiefer als jetzt die anderen Geräte und der Phonoschrank. Ja. Und das sah einfach scheiße aus, wenn ich ehrlich bin. Aber einen kleineren Serverschrank gab es auch halt erstmal nicht. Aber extra noch Platz gelassen. Vielleicht will man sich ja nochmal soundtechnisch in Ticken. Aber man muss doch auch mal sagen, das sieht doch irgendwie auch geil aus. Es sieht schon so nach oben. Was ist das denn? Was ist das hier für Technik? Ja, finde ich auch. Ah, Endstufe nur für den Bass. Richtig. Ich habe quasi von Grobi alles zeitgleich gekauft. Die Sachen wurden alle hierher geschickt. Und ja, außer das Baumaterial, das haben sie mitgebracht. Manche Sachen hat man hier auch noch vor Ort in einem Baumarkt nachkaufen müssen. Oder halt, weil du kannst halt nicht alles perfekt planen. Die planen schon wirklich perfekt eigentlich. Aber jede Unebenheit auf der Wand ist halt wieder blöd zu reden mit Baumaterial. Ist ja klar. Lass uns nochmal ein bisschen Technik gucken, weil ich glaube, das ist schon wichtig für ein Heimkino. Wir haben jetzt Verstärker. Du, der Spieler, ist Sony? 4K. 4K. Welches Modell ist das? Der 700er. Okay. B... 700er Serie. Genau, 700er. Kommen wir jetzt nicht mit BXT 4.3, keine Ahnung, nur lassen wir eine Orientierung. Genau. Es gibt noch einen 800er davon, aber der 700er hat es im Prinzip auch getan. Wurde 800er, irgendwie noch 60, 70 Euro mehr gekostet. Okay. Das muss ja auch 7 Euro bleiben. Und der wurde auch quasi... Den habe ich mir selber gekauft. Der hast du selber gekauft? Den habe ich mir selber gekauft. Der, was Grobi mitgebracht hat, war die Endstufe. Den Receiver und den Rest habe ich mir selber gekauft. Das Erste, was ich mir übrigens überhaupt gekauft habe, als ich gesagt habe, ich will auf jeden Fall ein Kino haben, das ist eine Universalfernbedienung von Logitech. Richtig. Dieses Video wird nicht von Logitech gekauft. Ja, genau. Wird nicht. Ihr habt es am Anfang gesehen, da steht irgendwo so unbezahlte Werbung bei mir immer. Das hat seinen Grund. Weil wenn ich bezahlt werde, sage ich das auch. Das ist mein Geldschutz. Aber das macht schon Sinn. Aber die funktioniert da drüben auch? Kein Problem. Das kommt hier an? Ja. Ich habe hier unten den Empfänger. Was ist denn das für ein Empfänger? Also läuft die über Bluetooth? Ja. Nicht so wie früher, wo man auch so drauf zeigen muss. Oder den oben zum Ding sehen. An die Wand, damit das so spiegelt und dann zurückgebrochen wird. Durch das Loch, damit das Signal in hier unten. Nee, nee, nee. Du kannst so ganz normal irgendwo hinhalten. Aber eine Frage, war das bewusst auch von dir gewollt, dass die Technik nicht mit im Kino ist? Oder haben die Jungs das im Frühjahr? Der Raum ist, nee, das wollte ich generell sowieso. Der Raum ist halt, wie du ja weißt, nicht sonderlich groß. Heizt dich auch schnell auf. Und wenn die Technik da noch mit drin stehen würde, außerdem hast du schon mal irgendwo im Kino dann neben dir einen Receiver sitzen sehen oder stehen sehen. Öfters. Ehrlich? In dem stinknormalen? Ah, die Lautsprecher habe ich ja gesehen. Ja. Bei mir aber auch. Ja, genau. Aber trotzdem. Und nicht nur, dass die dann Hitze abstrahlen, die verbrauchen ja auch noch Platz. Stell dir vor, das hätte noch irgendwo in der Ecke gestanden oder so, hätte ich vielleicht einen Satz weniger reingekriegt. Und auch blöd. Ja, klar. Na gut, das kann ich nicht. Also ich finde, für mich hatte das nur Vorteile, die beiden Räume auch direkt nebeneinander zu haben und die ganze Technik auszuquartieren. Also, ja. Richtig schön. Gut, dann lass uns mal zur weiteren Technik kommen. Du hast hier diesen formschönen Becks Kühlschrank. Dieses Video, wenn ich gesagt habe, nicht von Becks gesponsert. Aber da ist halt quasi, ich finde irgendwie so ein Kühlschrank passt auch zu einem Kino wiederum. Das würde auch schon wieder passen, wenn es drinsteht, würde ich natürlich nie machen, allein wegen Geräuschen und allem. Aber irgendwie assoziiert man das sofort mit Heimkilo aus, finde ich so ein bisschen. So extra jetzt nur alkoholfreie Sachen reingepackt. Weil in diesem Raum wird kein Alkohol konsumiert, das sehen wir unter anderem. Und da, das sehen wir unter anderem. Da, das sehen wir auch noch auf der anderen Seite. Nein. Aber wir können ja nochmal, bevor wir auf den Hauptteil hier drin kommen, der mich am meisten interessiert, nämlich deine Vinyl-Sammlung. Ja, genau. Sagt man nicht Vinyl-Sammlung? Man sagt Vinyl. Als Pro. Das sind doch Pros. Wir haben alle Ahnung. Ich kann gut Musik hören, aber... Okay. Gut, aber lass uns nochmal ein bisschen schauen, weil du bist ja, du hast ein Kino, aber du zockst nicht in dem Kino, oder? Nee. Geht das? Ja. Gut? Nee. Das ist scheiße. Und deswegen? Ja. Das ist scheiße. Haben wir hier die kleine Zockerecke, die wir natürlich auch nicht unbeobachtet lassen wollen. Also du hast hier Xbox... Oh, das ist doch eine Xbox One, ne? Die erste. Ja. Die ganz erste, oder? Ja. Muss ich aber dazu sagen, ist nicht meine. Die hat einer meiner besten Freunde... Da hat er hier quasi schon... Das ist alles. Nee, 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 nee. War schon so geplant. Ja. Hat er hier gelassen, damit man halt nichts hin und her schleppen muss. Okay. Ich habe mir zum Beispiel jetzt noch eine zweite PS5 gekauft und es gibt so einen Bildschirm, den kannst du da quasi oben drauf knipsen. Ja. Und habe mir dann so eine, ich sag mal, so einen praktischen Rucksack. Kann ich mir dazu gekauft. Jetzt kann ich quasi eine Wanderkonsole überall mit hinlegen. Aber... Ja, genau. Aber das, ne? Und er hatte dann gesagt, er hat sich nämlich auch das neuere Modell dann gekauft. Aber wir spielen zum Beispiel Rocket League super gerne zusammen und er kann dann halt mit seiner Xbox One auch Perfect Rocket League spielen. Kann man das Cross-Gen? Ja. Kannst du... Ich glaube sogar mit der Switch. Cross-Gen? Nee. Wie heißt das immer Cross-Play? Nee. Das habe ich gesucht. Cross-Gen. Du kannst zum Beispiel auch mit dem PC, mit der Switch geht das. Ja, es wird ja immer mehr zum Glück. Ich finde, es sollten noch viel mehr Spiele davor rauskommen. Für Multiplayer finde ich es super. Für Multiplayer finde ich es absolut fantastisch wenn das geht, weil das ja eh Spiele sind, die auf allen Systemen rauskommen. Genau. Und da liegt es ja einfach nur daran, für welches kaufe ich es mir. Für die Konsole, die ich zu Hause habe oder die, die mir am besten gefällt. Dass die da noch nicht eher drauf gekommen sind eigentlich. Was mir gerade noch einfällt, hättest du vor ein paar Jahren jemandem gesagt, ich habe zwei PlayStation 5. Wow. Ja, das stimmt. Habe ich dir Ärger gekriegt. Ja. Ja, das stimmt. Das Schwein hat zwei. Okay. Das heißt aber, hier wird gezockt, hier wird kein Film geguckt, hoffe ich? Nö. Serie vielleicht mal. Deswegen habe ich da unten noch ein 700er stehen. Wichtige Frage, wird YouTube Sammelzimmer immer im Kino geguckt oder hier? Immer. Im Kino. Ja, selbstverständlich. Bei Sammelzimmern muss man im Kino gucken. Also, wenn ihr kein Kino habt, baut euch. Baut euch eins und dann macht das Ganze noch ***. Gibt es denn da noch was, was man sich hier noch mal angucken muss? Also, ich muss dir jetzt mal eine Frage stellen, die wird jetzt ein bisschen offensiv. Also, nehmen sie mir nicht übel. Ja, alles klar. Also, du hast ein Heimkino. Ja. Und du bist Vinylsammler. Ja. Und das sind die Lautsprecher, mit denen du Musik hörst? Ja. Das passt auch nicht. Mehr Platz habe ich heute nicht. Ach, das passt auch nicht. Ich habe gerade zwei wunderschöne Formschöne Teufel-Lautsprecher zu verkaufen. Die werden da wunderbar. Nein. Was glaubst du, dass ich vorher alles verkauft habe? Es war übrigens auch Teufel. Aber ist einfach nur mal eine Frage. Reicht dir das zum Musikhören? Ist das okay? Ja. Die ist übrigens auch Logitech. Hashtag nur Werbung. Ja, ja. Logitech, gut. Ja. Es sticht einem wirklich ins Auge, wenn man weiß, du hast da drüben ein Kinosaal und dann hier diese niedlichen kleinen Lautsprecher. Ich meine, kann man auch wunderbar mit alles hören. Darum geht es nicht. Den Kontrast finde ich toll. Das finde ich so, finde ich irgendwie bodenständig. Ich kann dir gerne nachher noch was anmachen. Ich finde ich schön. Klingt besser, als man denkt wahrscheinlich. Ja, ehrlich. Klingt super. Ich hatte viele Logitech-Systeme früher auch schon. Die haben schon immer gute Sachen gemacht. Gerade im Surround-System-Bereich am PC zum Gaming früher. War geil. Für mich war das dann halt auch wichtig. Ich mag es ja ein bisschen, wenn es ein bisschen cleaner und so weiter dann auch ausschaut. Und ich habe jetzt da zum Beispiel drei verschiedene Sachen dran. Ich habe die Playstation da mit dran. Okay. Also halt den normalen Fernseher halt auch. Und wie gesagt dann auch mein Plattenspieler. Und hier? Genau. Hier CD-Player habe ich da. Und dritter auch hier übrigens von Yamaha. Der Plattenspieler von welcher Firma ist der? Äh, das ist ein, ja. Keine Ahnung von, aber ich frage trotzdem. Ich habe den von meinem Bruder bekommen. Ja, weiß ich. HHV steht da oben drauf. Ja, das ist nur der Tellerschutz. Der Tellerschutz. Der Tellerschutz. Der Tellerschutz, genau. Der Tellerschutz. Da! ReLoop. Ah, ein ReLoop. Professional Quartz Direct Drive Turntable. Ja. RP-2000 MK2 Silber. So. Gut, jetzt wissen wir das. So. Könnt ihr noch mal ein bisschen gucken, was du hier noch so stehen hast? Weil ich meine jetzt mit Konsolen haben wir gesehen. Schnaps. Nochmal wichtig. Du hast kein Schnaps, das ist Whisky. Single Malt Whisky. Ich trinke selber Whisky. Single Malt Whisky, ja. Aber ich kenne sowas grundlegend Schnaps. 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 Schnäpschen, ja. Ganz kleine Schnäpschen. Aber du hast da auch schönen Schnapschen. Ist schon schöner Schnaps, ja. Viele leckere Dinge. Viele leckere Schnaps, ja. Klingt verantwortungsvoll. Ja. W, 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 Trink mit. Ich blende das hier jetzt einfach. Ähm. Nein, wirklich, Leute, ne? Egal. Lass uns mal ein bisschen gucken, was du hier hast. Weil hier ist ja auch ein bisschen so Musik ausgestellt. Das passt ja so ein bisschen zu deinem, ne? Jo. Dings hier. Hol mich mal ein bisschen ab. Was sehe ich denn hier? Also ich kenne so Torch, kenne ich. Gibt es seit 100 Jahren Legende im deutschen Hip-Hop-Bereich. Würde ich auch mal sagen. Hat ja auch mal Beats gemacht, ne? Ja. Heidelberg kommt da, glaube ich, weg. Und... Ja. 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 Das zum Beispiel ist sein erstes Solo-Album. Blauer Samt. Okay. Habe ihn auch schon zweimal getroffen, wie man sieht. Jeweils eine Unterschrift auf CD. Wäre meine nächste Frage gewesen? Persönlich abgeholt, oder? Habe ich persönlich abgeholt. Also ich habe noch einige Schallplatten hier inzwischen, wo ich auf Konzert dann war. Cool. Und habe dann halt wie so ein kleiner Fanboy vorne gewartet, bis sie nochmal rauskam, um mir ein Autogramm abzuholen. So hochgehalten. Ja, genau. Bitte. Ich habe das immer sofort, weißt du, so Kinder, die dann so hinhalten, so ganz so, von unten nach oben mit so einem Stift und irgendeinem Zettelchen. Bitte, bitte. Ne, aber... Vielleicht hätte ich Unterwäsche hinwerfen sollen, da kommt man eher, glaube ich. Das musst du wissen, ob du das willst. Ob du von Unterwäsche von Torch haben willst. Ne, ich bin gerade nicht umgekehrt, damit du die Aufmerksamkeit kriegst. Was haben wir dann auch so? Ja. Ist ein toller Rapper und Tätowierer. Also den kann man sich gerne mal geben. Macht geile Mucke. Also machen wir so einen Battle-Rap-mäßigen Ding, weil du gerade Wettbewerbe sagtest. Richtig. Also klassisch so Battle-Rap-mäßig. Richtig. Das sind ein paar verschiedene Alben, die habe ich auch alle von ihm unterschrieben. Ich bin auch immer zu ihm hingegangen zum Tätowieren, habe viele Tattoos von ihm und Spitzenmann. Ja. Geile Mucke auch. Die Tattoos blenden wir euch jetzt an. Ja. Nein. Das blenden wir jetzt nicht an. Das Arschgeweig. Ja. Ach, genau. Aber auch viel Hip-Hop, ne? Du bist schon ein Hip-Hop-Mensch. Ja. Obwohl, insgesamt muss ich sagen, wirst du nicht nur Hip-Hop jetzt bei meinem Schallplan finden. Vielleicht die Hälfte wird davon. Hier steht Return of Hip-Hop. Ja, Return of Hip-Hop. Erklär das nicht. Erklär das nicht. Für die Titel der Songs kann ich nichts. Das ist auch Torch, ne? Hier auf dem Bild? Ne, das ist DCV DNS. Ah ja, genau. Ne. Deutsch? Ja. Deutsch. Also Deutschrap, Hip-Hop schon. Prefegenz. Ja. Ich hab auch viel amerikanischen Hip-Hop dazwischen. Auch bei den Schallplatten und so weiter. Das hab ich vorhin schon mal kurz gesehen. Aber es ist ja trotzdem... Sehr gut. Juju kenn ich. Die kenn ich. Da musst du mir nicht erklären, wer es ist. Ähm. H-Blox. Uh, kenn ich auch noch. Ja. War früher, genau. War früher wirklich eine meiner absoluten Favorite-Bands. Ich hab mir davon auch die Schallplatten nochmal nachgesucht. Das ist übrigens auch ein Original-Autogramm von Henning Mai. Henning Mai? Ja, das ist der... Ja, das ist der Liedsänger von H-Blox. Der jetzt bei Henning... Der jetzt... Der jetzt... Ne, 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 ne. Der saß doch jetzt, glaub ich, bei The Voice Kids oder so saß er, glaub ich, mal in der... Ja, das ist Henning Mai. Wir haben uns da auch Original-Autogramm von Paris MC. Ja. Habe ich mir selber auch geholt. Cool. Also warst du auch viel auf Konzerten unterwegs? Ich war... Eigentlich mit meiner besten Freunde war ich in zwei Jahren auf 23 Konzerten. Das ist ordentlich. Und wir haben alles mitgenommen, was so die deutsche Rap-Szene so angeht. Also von damals, aber auch aktuelle. Aber auch... Seid ihr also nur bei euch in der Gegend geguckt oder überall in Deutschland dann auch auf Konzerte gefahren? Das ist ja immer so eine Frage, wo spielen die, ne? Ist das in der Nähe? Ich sag mal so, wenn, haben wir eigentlich Raum Niedersachsen angeguckt, ja. Okay. Also das ist, ja, sorry, also für ein 20-Euro-Konzert fahr ich nicht nach Frankfurt. Ne. Logisch. Ja gut, aber es gibt ja so Leute, die wollen dann, ne, aufgrund des Erlebnisses, die machen das. Genau, wir haben immer geguckt, wenn es hier in der Nähe ist, Bremen waren einige Konzerte, Hannover, ne, da waren wir hauptsächlich, würde ich sagen. Cool. Ja, dann lass uns doch mal hier zu deinem Schatz übergehen, weil das hatte ich so bisher auch noch nicht. Also Vinyl, klar, jeder kennt es, jeder sagt irgendwie, oh, Vinyl, schön. Aber… Da kommt auch das Haptische wieder durch, ich finde es einfach schöner, eine Schallplatte in der Hand zu haben. Ich finde das geil mit den großen Covern und eine Schallplatte auflegen, das würde ich eher machen, als mit Spotify anzumachen. Und man muss ja auch nochmal sagen, klangtechnisch sind die Dinge auch schon ziemlich gut immer noch. Also sagen ja immer noch bis heute auf eigentlich fast jeder Enthusiast, besseren Klang gibt's fast gar nicht. Finde ich auch. Alleine auch ein bisschen dieses knackige… Hast du bei den neueren Schallplatten gar nicht mehr? Schade eigentlich, ich mag das. Also ich hab lange keine Schallplatten. Man hat, das ist immer so ein charakteristischer Nebeneffekt dann gewesen, hast du bei den neuen Schallplatten aber fast gar nicht mehr. Also eigentlich gar nicht mehr. Kommt auch immer drauf an, was du für ein Setup halt hast, ne? Dann auch mit Nadel und so weiter, da holst du schon eine ganze Menge raus. Also eine Nadel ist aber auch sowas, wo man entweder eine neue Nadel und manche Leute kaufen mir dasselbe Geld einen neuen Plattenspieler. Da kommen wir wieder in diese Bereiche, wo das sich überschreitet. Ja, ich hab mir zum Beispiel eine etwas teurere Nadel geholt, weil ich den Schallplattenspieler von meinem Bruder bekommen habe. Der hat nicht mehr gehört, der hat davor einen bedeutend schlechteren. Und ich hab mich dann gefreut, er hat mir auch seine restlichen Schallplatten vermacht. Danke, danke schön nochmal. Es sind nämlich geile Sachen dabei. Ja, dann zeig doch. Sind die sortiert? Weißt du, wo was steht? Hier unter anderem nach dem Alphabet. Jetzt ist Alphabet. Ich dachte, jetzt hab ich ihn, weil wir kommen möglicherweise da nochmal drauf zu sprechen. Ja, also die Schallplatten sind ausnahmsweise nach dem Alphabet, wie meine anderen Sachen halt nicht. Ja. Genau. Also ich hab, wie gesagt, viel, viel aus dem Deutsch-Rap, aus der Deutsch-Rap-Szene, ganz viele Sachen von Hamburg. Also absolute Beginner. Ich denke mal ganz vielen Leuten auch ein Begriff. Klasse, klasse, klasse Alben einfach. Ja, gerne. Klasse. Wiederschön, das sind ja auch gar nicht leicht die Dinger eigentlich. Hebe mal so einfach so eine Kiste mal hoch. Ja, ja, du hast das für mich schon gesagt. Ja. Deswegen ist das auch so ein massiver Stahl, zusammengeschweißter Stahlträger. Genau, von dem Schlosser. Ich hab halt Master, hab ich ihm gegeben und hab ihm ungefähr so erzählt, was ich gerne haben wollte und das gute Stück kam dabei raus und ich war sehr froh. Das finde ich cool. Ja. Und dann halt gleich aus Metall. Ich hab dir auch gerade erzählt, die Ikea-Regale haben dann irgendwann, haben die so eine Furche gezogen. Dann musstest du dann so extra Stützbalken. Du durftest ja auch nicht so doll da vorbeilaufen. Ich geb dir das mal fürchtig und vorsichtig wieder in die Hände, weil wenn das sortiert ist, weiß ich nicht, wo es hinkommt. Ja, ich hab auch ganz viele Sachen noch, also wie gesagt, ich hab viel aus der Hamburg-Ecke, sag ich mal. Deichkind, denke ich mal auch viel. Ich hab 1-2 Schallplatten, sind die auch noch mal. Kannst du einmal, das ist ja für viele nochmal Deichkind, die sind ja nicht immer so gewesen, wie sie heute sind, sag ich mal von der Musik her. Das war ja wirklich ganz klassischer Hip-Hop. Ja. Heute ist das ja mehr so Party-Randale-Mucke, ist auch geil, aber ganz anders. Und die waren ja auch früher nur zu dritt. Klassischer Deutsch-Rap war das einfach, was die damals gemacht haben. Ähm, ich hab auch... Drake. Ja, Drake. Auch neuere Sachen. Genau. 1-2. Fantastisch. Ich würd jetzt gern mal in die Kommentare kriegen, wer das noch kennt. Wer kennt noch 1-2, weil ich glaub, das sind gar nicht so viele Leute. Hand aufs Herz, glaub ich, berühmtestes Song von denen. Würde ich sagen jetzt. Ja, für mich ist es immer noch hier, ich so, eher so. Ehrlich? Okay. Das hab ich immer noch bei dem im Kopf. Hand aufs Herz, gebt euch das Video mal auf YouTube, das ist super cool. Da haben sie die amerikanischen Talkshows richtig durch den Kakao gezogen. Ja, ja. Ich hab viel Queen-Sachen aber auch dazwischen. Ich hab Guns N' Roses, Metallica, ich hab auch solche Sachen dazwischen. Auch so, auch wirklich, so Queen zum Beispiel, auch was wirklich noch original von damals, solche Dinge? Oder sind das dann so nach... Nee, das sind Reissues. Okay. Also das... Musst man ja fragen. Ich glaub, Bohemian Rhapsody hab ich in der 7 Zoll, also diese ganz kleine Variante, da hab ich noch als... Ja. Da hab ich zum Beispiel noch so die Erstauflage. Mhm. Aber ansonsten... Ich hab eine von ACDC Erstauflage. Erstauflage? Ja. Aus Australien. Australische Erstauflage. Das ist bestimmt auch schon sammlertechnisch schon... Ja. Da lecken sich ja manche Leute die Figuren da, oder? Ja. Hab ich auch nicht billig gekriegt. Nö, das glaub ich dir sofort. Manchmal hast du ja Glück, dass man selber noch, ne... Eins und Highlights. So ein, zwei Highlights. Naja. Also nee, sorry. Gab's für einen Fuffi auf dem Flohmarkt? Das wär schön gewesen. Ja, ja. Aber ich glaube, wer auf dem Flohmarkt sich mit Schallplatten hinstellt, der weiß schon, was er da verkauft und da wir da nicht sowas dazwischen haben. Was mich mal interessiert, wenn du noch einmal so thematisch zu Schallplatten... Also das ist, wie gesagt, ja ganz neu hier in meinen Videos, ne? Ist das da auch so ein Thema mit neu und unbenutzt und so? Wie wenn wir das bei Spielen zum Beispiel haben oder bei Filmen? Bei Schallplatten... Film ist immer so irgendwo dazwischen. Aber... Bei Schallplatten finde ich das sogar noch intensiver, sag ich mal. Also wenn du die gebrauchte Schallplatte holst, also das fängt schon beim Cover an. Das soll vernünftig sein, das Cover. Das, ne? Kaum Dellen, keine Knicke. Den Ring of Death gibt's hier zum Beispiel übrigens auch. Wenn die Schallplatte übereinander gelegen hat mit ganz den anderen Schallplatten, dann drückt die Schallplatte das Cover nach oben. Du hast halt diese... Ah, kenn ich, kenn ich. Sieht kacke aus. Kenn ich auch von meinem Vater, der hatte sowas glaube ich... Genau, alles wertmindernd. Dann die Schallplatte selbst, ne? Was hat man damit gemacht, ne? Also die haben ja auch viele mit gescratched und so weiter denn. Die sehen natürlich dann noch dementsprechend aus. Die sehen gut aus. Ja genau. Neuwertig. Ja. Leichte Gebrauchspuren. Genau. Und da hast du dann ja auch unterschieden, ne? Ja. Mint, Near Mint. Also Mint ist komplett neu. Near Mint ist... Das ist ja, die Begrifflichkeiten sind ja überall die selten. Das kennt man ja halt. Und bei Schallplatten, also ich achte da besonders bei Schallplatten mehr drauf als bei Filmen auch. Okay. Und wo findest du Schallplatten? Also suchst du aktiv nach Sachen oder nimmst du die hier mal da mit? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich hab am Anfang, als ich angefangen habe zu sammeln, habe ich erstmal so alles möglich. Oh, das kannst du noch von früher, fandst du damals super, hast du mitgenommen. So, da war mir die Beschaffendheit erst auch zweitrangig. Aber das hat sich im Laufe des Weitersammelns dann auch gelegt. Also da hab ich auch gesagt, okay, da musst du auch ein bisschen drauf achten. Ich hatte da nie auch Schallplatten. Wenn du dir die angehört hast, ja, die Nadel sind schon so gesprungen teilweise. Ei, ei, ei. Ja, nee. Igitt. Ja. Igitt. Und also Kleinanzeigen, Flohmärkte und Discogs. Was? Discogs. Discogs. Ja, das ist eine App, ich denke immer so Musikkenner werden das auf jeden Fall, kennen die alle. Stimmt. Das ist auch immer so das Kriterium, schau, wie die Platte auf Discogs gehandelt wird, das möchte ich auch dafür haben. Und dann weiß man Bescheid. So und das tolle an dieser App ist, weltweit, du kriegst die über die ganze Welt verteilt, werden dort Schallplatten angeboten und du kannst die überall, ich hab hier welche aus Frankreich, den Staaten, überall weg. Okay. Überall weg. Zeig uns doch nochmal was Schönes hier. Ja, was hab ich denn noch Schönes? Ich hab... Lindsey Stirling sticht grad so insgesamt ein bisschen raus so vom Genre her einfach. Ich muss nur sagen, ich find zum Beispiel so instrumentale Musik und so, das mach ich eigentlich total gerne, hab ich hier zum Beispiel auch ein super... Das ist ja allein klangtechnisch auch dann meistens sehr schön, wenn die gut aufgenommen sind. Ist total, total geil. Ich hab hier auch eine... Oh, Blumentopf übrigens auch. Oh, geil. Eine ganz, ganz starke Band. Das ist zum Beispiel eine der wenigen, die ich leider live nie sehen konnte. Ich hab's nicht geschafft. Die gibt's auch schon seit ewig nicht mehr. Ja, nee, so lange ist das glaube ich noch gar nicht her. Also keine zehn Jahre, würde ich jetzt sagen. Na gut. Also wir haben 2024. Ja. Manchmal sind zehn Jahre eigentlich 20 in unserem Bewusstsein. Ja, das stimmt. Da erwische ich mich bei sehr gerne. Aber das ist doch erst zehn Jahre her. Nein, das war 98. Ja, genau. Ach ja, gut. Alles klar. Unsere zehn Jahre. Genau. Na, wo bist du denn? Ich hab... Da ist sie. Die hier zum Beispiel auch. Hab ich ganz lange nach gesucht. C2C. Das Album heißt Tetra. Das ist auch ein... Ja, gerne. Ich bin vorsichtig. Kein Problem. Alles gut, kann nicht viel passieren. CTC. Kenn ich ja nicht. C2C, genau. Das sind zwei... Ja, das sind wie Skrillex oder andere auch. Okay. Also das ist eine ganz andere Mucke jetzt. Ja. Die machen aber auch so computermäßige Musik und Synthesizer und so weiter. Cool. Klingt total cool. Das klingt total cool. Ein Song, den haben auch schon ganz viele garantiert gehört. Das ist der Down the Road. Mhm. Auch mal anhören. Den Song kennen ganz viele glaube ich auch aus dem Radio. Also war klasse. Die hab ich zum Beispiel auch aus Frankreich. Cool. Sehr geil. Auch nicht so will ich denn, aber gibt's halt auch nicht oft. Es ist immer bei Musik würde ich immer gerne was einblenden, aber wir wissen es alles darf man nicht. So drei Sekunden oder so darf man immer, aber das bringt ja nichts. Ja genau. Dann, ich bin ja auch Kind der 90er und ich finde DJ Bobo darf zum Beispiel auch nicht fehlen. Ich finde DJ Bobo klasse. Der hat geheimliche Mucke gemacht. DJ Bobo ist auch klassisch einfach. Ganz klasse. DJ Bobo war auch meine erste CD. Ach, siehste. Aber die wurde mir damals noch auf Kassette überspielt, weil ich keinen CD-Spieler hatte. Weil es gab ja so eine Zeit, da hast du nicht mehr alles auf Kassette gekriegt, sondern nur noch auf CD. Und dann musste man das manuell überspielen. Meine allererste CD war Michael Jackson mit dem Dangerous Album. Okay, das ist aber eine ziemlich gute. Also dafür muss man sich ja nicht mal schämen. Nö. Also für DJ Bobo kann man sich schämen. Muss man nicht. Also ich schäme mich nicht für DJ Bobo. Ich höre DJ Bobo ganz gerne. Ich sage, nein. Aber du weißt, was ich meine. Alles klar. Der hat schon so seinen ganz eigenen Charakter. Ich würde auch eher Michael Jackson irgendwo erwähnen als DJ Bobo. Ja, aber DJ Bobo ist ja der Michael Jackson. Michael Jackson habe ich ja auch zwischen. Ja, genau. Schweizer Michael Jackson. Das sind wir uns alle eigentlich. Vielleicht nicht ganz so erfolgreich. Hier sehe ich auch noch ganze Roses. Oh, Sido. Darf ich mal sehen? Ja, gerne. Muss ich hier irgendwas ziehen? Du kannst ein bisschen rausziehen. Ich will mal ein Gefühl für dieses Gewicht. Oh ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ganz gerne. So fällt nichts, ne? Ja, ne, da fällt nichts raus. Wenn man schon mal eine Sido-Platte in die Hand kriegt. Weil wenn man selber keine Platten... Ich glaube, die kann man sich noch kaufen. Ja, aber wenn man selber keinen Plattenspieler hat, ist das irgendwie witzlos. Ja, alles klar. Gibt es noch was, was wir uns hier angucken müssen? Am liebsten jede einzelne Schallplatte. Du! Ne? Wir haben zwar Zeit. Ja. Ich glaube, so viel Zeit haben wir. Wie viele stehen denn da? Etwas über 400 auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich schon an die 500 rankomme. Es sieht ja nicht danach aus. Ne, das hatten wir vorhin schon. Ja, genau. Aber wenn man erst mal ins Blättern kommt... Ich müsste meine App einmal aufmachen, dann kann ich dir ganz genau sagen, wie viele ich habe. Aber es müssten... Das können wir aber auch machen. 400... Ja. 400, 450. Das ist... Ne, weißt du, wir machen das... Du wägst deinen Mund und wir sprechen die Zahl dann drüber. 1.300. Genau. Deine Cappy-Sammlung finde ich auch toll. Trägst du die alle noch? Früher habe ich ganz viel Cappy getragen. Jetzt wollte ich die halt einfach nicht weggeben. Aber er warst du quasi gerne. Viele aus dem Inlineskate-Bereich. Von Werder Bremen. Punch Auroganz. Da habe ich ein paar Cappys dazwischen. Ja. Seine Arbeitsplätze. Weißt du, warum ich die... Das ist auch ganz witzig eigentlich. Ich habe mir die damals gekauft. Ich bin nämlich riesig. Darf ich gerne? Ja, klar. Gerne. Es wird aber eine ganz kleine Größe sein. Mein Sohn setzt sie gerne auf. Fürs Thumbnail ist das. Ja, genau. Ach, dein Sohn trägt die noch. Fantastisch. Der Mann hat Geschmack. Deswegen so klein eingestellt. Dann habe ich noch eine Beginner-Cappy. Habe ich mir auch ein Konzert bei denen gekauft. Ja. Genau. Ein paar Bremen-Cappy sind noch dabei. Ein paar aus meiner Skates, halt früher noch. Oh, Werder Bremen hat auch so Snapbacks. Ja. Bin ich ja voll raus. Ich finde ja hier... Oh, apropos Werder. Guck mal hier. Guck mal hier. Das habe ich vorhin gesehen. Das sind doch Stadionbecher, ne? Ja. Die Becher passen übrigens perfekt in die Kinositze. Du hast einen halben Liter. Wow. Und kannst die dann halt direkt in den Dings machen. Das sind alles Doppelte. Ich habe eigentlich... Aber alle aus dem Stadion, ne? Ja. Alle original im Stadion gekauft. Ja. Ich habe Funk dafür bezahlt und dann kannst du die mitnehmen. Ja. Okay, cool. Was ist das hier noch? Jetzt bin ich hier gerade auf dem Becher. Aha, Star Wars habe ich es doch richtig gesehen. Ike, Rise of Skywalker. Genau. Schämlich. Ja. Magst du Rise of Skywalker? Ich sag mal... Schnelles Ja oder Nein reicht. Ne, ne. Aber wir wollen keine Star Wars Diskussion machen. Bild und Sound war geil. Absolut. Keine Frage. Bild und Sound war geil. Alles in rein rein. Muss man gar nicht drüber reden. Das Rumgemache zum Schluss war nicht super kacke. Rumgemache zum Schluss? Ray und... Ach so. Ja. Wir fangen hier keine Star Wars Diskussion an. Ne, genau, genau. Weil so viel Zeit haben wir hier nicht. Ich denke auch... Ne, warte, dann gucken wir uns lieber alle Platten an. Ja. Jetzt halt hier über Star Wars zu reden. Bist du ein Star Wars Mensch grundlegend? Ja. Eher Star Wars als Trekkie zum Beispiel. Sehr gut. Haben wir noch etwas, was wir hier noch zeigen wollen? Also es steht hier in Ottifant. Den finde ich toll. Darf ich den einmal so hier sehen? Ja, natürlich. Wer kennt den noch, ne? Ottifanten. Der sieht doch noch richtig neu aus. Otto Balkes oder irgendwo. Den kennt man ja auch schon. Naja, ich weiß nicht, ob den noch alle jüngeren Leute kennen. Dann... Dann... Dann googelt den auch mal, oder? Ich bin jung, hip, flippig und dynamisch. Jo! Los, ihr Checker, ab zum nächsten Zimmer, joa! Was man auch noch mal ganz klar sagen muss, wenn man sich das hier so anguckt, dass Sammy hier definitiv vorher nicht geraucht hat. Gar nicht. Überhaupt nicht. Alle nicht. Alle. Alle stocknüchter. Ja, genau. So, genau. 3, 2, 1, 0. Aufnahme, Raum 2. Schön, dass wir immer so nahe zusammen stehen müssen, das ist richtig gut. Ja, damit du... Machst du richtig einen auf romantischen. Na klar, na klar. Das ist jetzt auch schon drauf. Schöner Aufnahme. Ja, das ist schön. Hallo, willkommen in meinem neuen Sammelzimmer. Das ist jetzt meins auch. Nein, ist nicht meins. Ist deins. Das ist das besagte Sammelsurium? Nee. Wie hatten wir es vorhin genannt? Ich habe schon von manchen gehört, das ist Krempel. Also, willkommen im Krempelzimmer. Alter, wie geil wäre der Name gewesen. Willkommen im Krempelzimmer. Das wäre schon ganz geil. So, ich stelle mich mal hier hin, weil ich glaube, so sieht man uns beide besser. Und ich glaube, das muss man erst mal so ein bisschen auf sich wirken lassen hier. Viel zu sehen, ja. Hier gibt es viel zu sehen auf wenig Raum und dennoch sehr attraktiv präsentiert. Das will ich an dieser Stelle wirklich hervorheben. Das ist richtig on point hier drin. Es wirkt auch überhaupt nicht vollgestellt. Aus Sammlersicht. Leute, die sagen, was spinnst du? Das ist mir auch schon wichtig. Das ist sehr edel. Das soll nicht aussehen, als ob ich es nur reingeschmissen hätte, sondern drapiert soll. Genau das meine ich. Genau das tut es nicht. Hier hat alles seinen Platz. Es ist ordentlich. Es ist nicht alles in 17 Reihen aufgestellt. Natürlich hier und da mal. Klar, dass mal irgendwas vor was anderem steht. Aber es ist nicht so, dass du alles so zugebaut hast. Hauptsache, ich kriege noch alles irgendwie rein. Es soll schon auch noch nach was aussehen. Aber hol uns mal ein bisschen ab. Wenn ich jetzt mal hier so ein bisschen durchspaziere, was ist hier drin alles? Also, was finde ich hier? Was fällt dir als erstes auf? Äh, äh, das da. Ja, genau. Also ich bin, ich habe dir gerade schon gesagt, das ist auch meine neue Leitsätze. Man kann einfach wirklich nicht alles sammeln. Somit habe ich mich hauptsächlich auf Filme spezialisiert. Und ganz besonders Steelbooks. Also ich finde die Steelbooks einfach filmtechnisch, ästhetisch. Und das hat es mir einfach angetan. Am Anfang hatte ich auch noch nicht so viel. Da hatte ich so die ein oder andere Mal dazwischen stehen. Aber ich sage mal so, jetzt ist es eigentlich schon umgekehrt geworden. Hier steht ab und an mal eine MRA dazwischen, die ich halt noch nicht als Steelbook habe. Ja gut. Oder die es nicht als Steelbook gibt. Oder die es halt nicht gibt. Aber das gibt es ja auch, oder? Ja, genau. Und wenn du eine Reihe vollständig hast, und es gibt von fünf Filmen nur vier Steelbooks, sieht kacke aus, aber ist leider immer so. Bleib mal hier stehen. Ja. Ich gehe mal hier rüber. Hallo. Weil das sind halt hier eigentlich, also hier sind sehr viele Steelbooks. Also wie man das hier so sehen kann, das hier sind alle Steelbooks. Eigentlich vorwiegend, gut, hier haben wir das mit den MRAs dazwischen. Aber grundlegend, man sieht es schon an diesen eckigen Kanten immer. Das sind alles Steelbooks. Die sind ja auch ein bisschen breiter und größer als normale. Ja, richtig. Und ich habe jede einzelne... So DVD-Dicke haben die wieder, ne? So ein bisschen. Die haben wie so eine DVD-Dicke. Ja, genau. Die Dicke von DVD... Ja, das kommt gut hin. Und ich habe an jedem auch eine Schutzhülle noch so drin. Die sind natürlich von www.sammlerschutzhüllen.de. Da sind sie weg. Sind sie nicht, ne? Nee. Hör weg, Manu. Ja. Das tut mir leid, aber ja. Du, das ist jetzt wieder so ein Thema. Also ich bin ja eh Riesen-Film-Fan. Wissen wir ja mittlerweile auch alle. Aber man kann nicht über jeden Film reden, der hier steht. Aber mich würde einfach jetzt mal interessieren, weil Steelbooks. Was ist denn hier mal was... Also wo du sagst, das ist ein Steelbook, was wirklich perfekt geworden ist. Das findest du ja auch ganz schnell, weil das ist ja alles alphabetisch sortiert. Ja, außenweise nicht. Ich weiß immer sofort, wo Moonfall steht, wenn es jetzt, ne? Für dich extra. Also das Thema hatten wir ja vorhin einfach kurz angesprochen. Aber ich muss dazu auch sagen, ich habe ja auch erst vor kurzem damit angefangen, dass das alphabetisch ist. Verstehe. Ich glaube, teilweise kommen so viele Filme nach, ich müsste alles neu wieder umsortieren, wenn ich das nach einem Alphabet sortieren würde. Klar. Ja, und somit habe ich das versucht, so gut es geht, nach Genre zu unterteilen. Nach Genre, alles klar, nach Genre. Auch wenn du hier mich getriggert hast, in dem ja Forrest Gump und äh... Das blenden wir an dieser Stelle ein. Ja. Also wenn die nach Genre sortiert sind, ne? Warum steht Forrest Gump dann bei Fuck You Goethe? Willst du sagen, das ist das ähnliches Meisterwerk? Ja, wahrscheinlich werden die auch zusammen immer erwähnt, ne? Wir gehen da hinten noch mal. Ja. Ne? Ja, aber hast du trotzdem was, wo du auf Anhieb sagen kannst, das ist ein Steelbook, das hat's... Also oder dein erstes Steelbook vielleicht, irgendwie sowas? Mein erstes Steelbook weiß ich sogar noch. Du weißt doch, wo es steht zufälligerweise. Ja, das weiß ich auch. Und zwar fing da auch so quasi meine Marvel-Sucht an mir da an. Ich habe früher alle Comics gelesen. Ja. Und wir hatten in einer Stadt, wo ich aufgewachsen bin, hatten wir so einen Comic-Laden und da bist du immer wie ein kleiner Junge, bist du hingelaufen und hast die ganzen Comics dann gelesen. Vielleicht lag es daran, dass du ein kleiner Junge warst. Ja, natürlich. Und da habe ich alles, was mit Marvel und so weiter zu tun hatte, ich kannte die gesamte Story und so weiter, kannte ich alles schon vorher, aber das MCU hat viel geändert. Also das ist nicht wie in den Comics. Aber dennoch muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mein allererster Steelbook gewesen. Das ist von den Avengers, erster Teil. Das war mein erstes Steelbook. Also 2000, nicht sagen 12 kam der aus, ne? 12, genau. Alter, das Ding ist 14, 12 Jahre alt. 12 Jahre alt. Avengers 1 ist 12, oh Gott. Das ist verrückt, ne? Also Avengers, aber lass mal noch mal ein bisschen gucken. Also ich kann natürlich auch mal hier ein bisschen schauen, was ich hier Schönes finde. Ich habe zum Beispiel auch von allen Marvel-Filmen, die es gibt, habe ich die chronologische Zeit aufgestellt. Also auch da eine Sortierung vorhanden. Ja, genau. Nicht die klassische. Aber das ist wiederum was, wo ich sage, ich weiß, die stehen da, dann weißt du eigentlich auch sofort, wo du was findest. Ja, natürlich. Wie lange brauchst du denn, um Filme hier zu finden? Hast du eine grobe Orientierung? Ja. Ja, gut. Weil ich kenne es aus der Zeit, wo es nicht sortiert war. Irgendwie wusste ich trotzdem nur, wo die Sachen stehen. Genau. Im Kopf weiß ich zum Beispiel schon immer, wo ich genre-technisch was stehen habe. Und dann weiß ich auch immer so ungefähr, wo der Film sowieso steht. So, ja, du hattest mich gefragt nach... Darf ich die Sachen einfach rausnehmen? Darfst du gerne. Weil das interessiert mich jetzt mal. Okay, fünfte Element. Das ist sogar noch eingepackt. Ist jetzt aber ein recht unspektakuläres Stilbuch. Leider. Großartiger Film. Ja, muss ich auch sagen. Gefällt mir sehr gut. Aus dem Jahr war das auch, glaube ich, einer der besten Filme, die überhaupt rausgekommen sind. Und für mich einer der besten Rennfilme. Absolut. Was ich auch empfehlen kann, war jetzt Gran Turismo, wo wir auch bei Videospielen sind und so weiter. Finde ich auch übrigens ein schönes Stilbuch, finde ich auch ganz schick. Stimmt. Tatsächlich. Fand ich... Fand ich... Gute Spieleverfilmung. Fand ich super. Welche Film finde ich auch gnadenlos, finde ich denn unterschätzt von vielen. Fand ich super. Also, was die da auch in Geld reingepumpt haben, was die für tolle Autos da kaputtgefahren haben. Aaron Paul, viele kennen die noch aus Breaking Bad. Genau. Aber mit den Autos muss ich dir teilweise auch ins Handziehen, da waren sehr viele Repliken bei, ne? Ja. Das waren ganz viele, sogar die Königseck-Geschichten. Du kannst dich drei Königsecke im Wert von acht Millionen da irgendwie über die Autobahn Wenn es auch nur hundert Stücke gibt oder sowas. Ja, ja, klar. So ungefähr. Aber die haben bestimmt hier und da auch mal was echtes kaputtgekriegt. So ein Ford Mustang oder so, da musst du bestimmt dran glauben. Also Wahnsinn, ja. Ach, Terminator hast du auch richtig viel hier noch, ne? Doch, oh Gott, sehr Dank, Leute. Das ist der Beste. Terminator 2, das sag ich auch. Das ist ein schönes Tier. Ja, das ist ein schönes Motiv. Und geil, dass alle drei Versionen drin sind, ne? Ja, das muss ich auch sagen. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich finde, sowas sollte es heute auch wieder häufiger geben. Absolut. Du hast die Möglichkeit, die Filme passen auf die Disc, dann mach es doch bitte auch, ne? Alle Mortal Kombat Teile, sogar die alten auch in der Steelburg. Den neuen fand ich auch grandios, muss ich ganz ehrlich sagen. Mortal Kombat war echt stark. Der neue, der hier? Das ist der erste alte aus, von 95. Das ist der erste, der fantastische Mortal Kombat. Müsste 95 oder 98, irgendwie so. Auf jeden Fall in den 90ern auch. Mitte, Ende der 90er. Genau. Mit Robin Shoe. Robin Shoe. Genau. Fand ich stark. Ist das der Schauspieler oder ist das eine Figur? Ja, nee, das ist der Schauspieler. Ich bin nicht so im Mortal Kombat Game. Ach so, genau. Hätte ja auch sein können, dass es ein Kämpfer ist. Der erste Teil war noch mit Christopher Lambert. Ja, genau, den unglaublichen Christopher Lambert. Den unglaublichen, ja. Den kennen viele aus Dings. Highlander. Ganz genau. Habe ich übrigens auch nie gesehen. Oh, das... Muss ich jetzt gehen? Nö, nö. Aber darf man gerne nachholen. Hier zeigen wir mal eben mal, wir drüber im Kino gesprochen hatten. Klasse Film. Fury. Super, super abgemischt vom Ton her. Hat super viel Spaß gemacht. Ist von David Ayer, meine ich. Derselbe Mensch, dem wir Training Day zum Beispiel zu verdanken haben. Ja, genau. Oder auch gestern eben erst gesehen, End of... Oh Gott, wie denkst du, ich hab den gestern gesehen. Mit Jake Gyllenhaal. End of Watch. Ach, End of... Richtig guter Film. Den habe ich hier auch stehen. Für mich absolute Überraschung. Ganz, ganz toller Film. Ja, habe ich sogar als Dealbook hier stehen. Fand ich auch... War ein grandioser Film. Ja, jetzt... Vorführeffekt, das finde ich natürlich nicht, ne? Das würde man verhindern können, wenn man alphabetisch... Ach, scheiße. Das ging doch schneller als... End of Watch auch. Empfehlung. War super. Es ist echt eine Empfehlung. Hat mir richtig gut gefallen. Man muss sich am Anfang ein bisschen an dieses Kamerading gewöhnen, finde ich. Aber irgendwann versteht man, warum sie es so gemacht haben. Fand ich auch stark. Fand ich wirklich stark. So, Deadpool ist eigentlich auch immer bildtechnisch was. Und auch in diesem Fall enttäuscht uns Deadpool nicht. Ist zwar sehr spartanisch, ne? Aber es ist vom Stil her geil. Fand ich auch super. Ich hab grad zum ersten Mal gesehen den zweiten. Ah, okay. Cool. Aber ich finde, die sind beide gleich gut. Richtig schönes Steelbox. Richtig schlimm. Zacker Punch. Ich würde den anderen nehmen. Ja, weil der Film ist aber nicht schön. Ja, das ging noch. Fand ich. Also, es gab schon Schlimmere. Aber das, ich fand, das Cover fand ich sehr schick. Ach, wie heißt die denn nochmal, die Schauspielerin? Hier wartet irgendwie auch so einen kurzen Hype mal, meine ich. Aber ich hab den vergessen. Ich komm grad nicht drauf. U. U. Oppenheimer hat eigentlich auch ein schönes Motiv. Wir machen jetzt hier mal ein bisschen Motiv-Watching. Ja. Da gibt's mehrere, ne? Glaub ich, Oppenheimer? Es gibt mehrere Varianten davon, genau. Ich glaube, ich hab noch eine da, wo er vor der Bombe steht. Vor der Explosion. Finde ich super. Ja, das hätte ich auch lieber gehabt. Finde ich auch geil hier. Das blendet richtig. Richtig. Das blendet halt wirklich. Das war ja die Szene, wo die Bombe hochgegangen ist und er dann... Stand der hier? Genau. Anders runter drin? Anders? So rum. Weil ihr müsst wissen, Oppenheimer steht natürlich zwischen Ready Player One und Real Steel. Wo auch sonst. Ich finde, da könnte so noch ein paar andere... Hier übrigens auch ein grandioser Film, wie Tenet auch. Inception. Das Cover fand ich auch ziemlich cool. Das ist alles. Aber da muss ich sagen, was mich dann bei Steelbooks manchmal auch ein bisschen abschreckt, Also wo ich sage, was ich schade finde, ich glaube, du hattest das vorhin auch schon mal gesagt, lass noch mal eben draußen, wenn du so ein geiles Motiv hast und dann doch so viel diese kleine Schrift und so drauf ist. Am schlimmsten... Das würde jetzt besser aussehen ohne Schrift, komplett. Am allerschlimmsten finde ich das wieder... Und geprägt mit Inception drin. Ja. Das ist drauf gedruckt. Fantastisch. Das ist drauf gedruckt. Das lieben wir, oder? Also das ist doch... Das lieben wir Sammler. Drauf gedruckt. Oh, das hat Sucker Punch hier übrigens auch drauf gehabt. Da kann man es noch besser sehen. Das war aber so eine Zeit, da mussten sie es und da gab es noch nicht so die Möglichkeit, so wir können dann Pappschuber drumherum... Zum Sammeln Katastrophe. Absolut. Zum Sammeln Katastrophe. Oh Gott, ich kann mich hier... Leute, ich kann mich hier tot suchen. Das ist... Auch hier ein richtiger Klassiker. Das ist schlimm. Starship Troopers. Geil. Das ist auch wirklich... Darf man jetzt wieder zeigen, ne? Ja. War ja zwischenzeitlich auch indiziert. Jetzt ist er, glaube ich, frei ab 16. Ja, das hier ist auf jeden Fall die ungeschnittene Lösung. Ach, da ging es, glaube ich, auch vorwiegend um diese Militärpropaganda-Geschichte dabei. Und nackte Duschszenen in Amerika sind da. Alle heulen so rum, ne? Aber in der Werbung dürfen die nackte Frauen sagen, die sind beim Duschen sind. Nur wegen dem... Aber das war ja nur Amerika. In Deutschland ist das ja egal. Ach komm. Hast du ihn schon gezeigt? Nee. Du hast ihn direkt gefunden. War dein Lieblingsfilm. Aber man muss jetzt mal sagen, Leute. Das ist ein richtig, richtig schlechter Film. Moonfall. Aber das sieht geil aus. Ja. Sieht schon sehr geil aus. Bild und Ton fand ich auch eigentlich auch. Auch wenn ich sagen muss, dass es ziemlich dämlich ist, weil Leute, die den Film nicht kennen, werden durch dieses Cover schon quasi gespoilert. Ja. Weil der Film geht in eine ganz andere Richtung, als man am Anfang denkt. Oh ja. Und das hat den Film nicht kaputt gemacht. Das Ende, ne? Generell. Die Auflösung, ich dachte einfach, wir kriegen das, was wir sehen. Das war richtig schlimm, oder nicht? Das war einfach so ein absurder Quatsch. Das war nicht... Spine? Umdrehen? Umdrehen? Ah. Ich lerne noch. Ich lerne noch. Aber gibt's noch ein, zwei, wo du sagst, die müssen wir sehen? Weil wir können uns jetzt wirklich nicht alles angucken. Also was ich... Ja, genau. Also ich hab hier auch in der Mitte ein paar Sachen hingestellt, die ich besonders schön fand. Ich finde das Robocop-Steelbook... Kommen Sie doch mal näher. Ja, genau. Das Robocop-Steelbook fand ich sehr, sehr schön. Dann... Das ist aber der echte, ne? Ja. Das ist... Das ist der echte. Nicht der andere. Nein. Indiana Jones. Ich hab auf der anderen Seite noch Stäb langsam und... Ist Indiana Jones das aus dieser Box? Ja. Wo die alle drin waren? Oder hast du die einzeln gemacht? Weil ich hatte mir die vorbestellt, aber dann habe ich sie doch wieder abbestellt, weil ich es zu teuer fand. Ja, die waren auch nicht günstig, das stimmt. Aber ich wollte die gerne haben. Und die Box auch. Also es gab die auch angeboten. Das ist, genau. Ne, red mal weiter. Das ausländische Ready Player One-Steelbook. Ich hab auch das normale hier in 3D. Ach, Quatsch, 3D sag ich schon. In der 4K-Variante, die es in Deutschland gab. Ach, geil. Ja. Aber sag noch mal eben, was du mit Indiana Jones sagen wolltest. Indiana Jones, die gab's bei Kleinanzeigen wurden die auch schon oft angeboten. Aber da hast du immer nur die Filme dann zwar alle auf einen Schlag bekommen. Aber dann hat halt immer die Verpackung drumrum gefehlt. Und solche Sachen will ich dann nicht haben. Also die sollen schon komplett sein. Ansonsten kann ich da nichts mit anfangen. Klar. Ja. Was ich als erstes versucht habe, auch auf jeden Fall zu sammeln, sind so Zeichentricksachen, mit denen ich groß geworden bin. Ich habe hier unter anderem Mask auf Blu-Ray komplett. Gravestar. Ja. Gravestar. Geil. Genau wie E-Man. Also fand ich einfach nur cool. Geil. Galaxy Rangers. Oh, da muss aber auch für dich ja ein bisschen die Tour, die ich gedreht hatte damals beim Sebi, dem Sega Sebi. Der hatte ja auch so diese geilen Figuren noch von diesen Serienteilen. Genau, genau. Der war richtig geilen Scheiß aus der Richtung, weil der ja auch so viel nostalgisches Kindheitszeug da hatte. Richtig gut. Mit dem Turtles-Film bin ich auch aufgewachsen. Oh, großartig. Ich liebe den. Ja, ich habe auch alle drei Teile hier stehen. Fand ich einfach nur super. Ich bin auch so froh, dass die dann vor einigen Jahren endlich mal auf Blu-Ray rauskamen, weil die hast du ja zeitweise gar nicht gekriegt. Auch nicht offiziell. Genau. Captain Future. Aber warum ist es denn noch eingepackt? Ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen, es zu gucken. Ich versuche immer alles Mögliche zu gucken, aber es funktioniert halt nicht immer. Das ist ja immer. Es hätte auch sein können, dass du jetzt sagst, weil das ist sowas Besonderes, das will ich irgendwie zielflassen, aber das konnte ich mir bei dir irgendwie gerade nicht vorstellen, weil das ist ja so eine Serie, die man wahrscheinlich dann auch mal im Kino gucken will. Genau. Spätestens wenn ich meinem Sohn die mal zeigen möchte oder sowas. Also die tollsten Sachen von früher. Aber diese Kindheitsserien da in deinem Kino gucken, das muss doch irgendwie auch geil sein, oder? Ja. Einfach so vom Feeling. Ja. Habe ich schon ein paar Mal gemacht. Ich habe unter anderem hier, weil ich ja auch ein riesen Marvel-Fan bin halt einfach, habe ich auch sämtliche Marvel-Serien, die früher halt immer auf RTL liefen, habe ich hier alle original. X-Men, habe dann die Fantastic Four, Incredible Hulk, Spider-Man and his amazing friends. Und das sind die ganzen, die damals, diese Original-Dinger, die gibt es alle auf DVD, das wusste ich auch nicht. Ja, genau. DVD. Geil. Aber ich habe sowas auch nie aktiv geguckt. Silver Surfer. Immer nur so Ausschnittsweise. Wenn es gerade lief, hat man es geguckt, aber nie so aktiv. Genau. Früher hast du darauf nie so geachtet. Na gut doch, du hattest ja so Serien, wo du jeden Mittag um 14.30 Uhr, muss ich das jetzt mal sehen. Ja, aber dass du irgendwie später dann nochmal das haben wolltest, das war ja halt auch gar nicht, ne. The Real Ghostbusters auch, waren wir schon ein bisschen später. Ach, das ist ja auch. Das sind die richtigen Ghostbusters, genau, von damals noch. Scooby-Doo, Inspector Gadget. Ja klar. Das ist ja auch hier. Das habe ich zum Beispiel immer geguckt. Ich auch. Ich glaube, wenn man es heute sieht, fragt man sich, warum man es immer gehört. Das ist einfach Kult. Das ist einfach alles. Aber hast du das manchmal bei Kindheitsserien, trotz verklärter Kindheitserinnerung, denkst du schon manchmal, ach, ein bisschen weh tut's schon. Wenn du die ganzen Moralsätze von He-Man am Ende jeder Folge dir anguckst oder was, dann denkst du auch nur, ach, früher hast du das. Aber es gibt so Serien, die funktionieren heute immer noch genauso gut wie damals. Absolut. Kennst du Hey Arnold noch? Ja klar. Das gucke ich immer gerne mal zwischendurch ein paar Folgen. Finde ich auch gut. Dann Geschichten aus der Gruft habe ich noch. Original verpackt. Habe ich auch noch nicht geschafft zu gucken. Aber will ich. Also ich gucke mir alles an. Darf ich immer? Ich frage immer. Oder soll ich einfach zu langen? Du darfst gerne zu langen. Du darfst gerne zu langen. Du darfst gerne zu langen. Ein schönes Kaffee. Auch komplett. Der Stil ist auch schön. Super. Das kennt auch viele Leute. Das ist aber jetzt Zeichentrick. Zeichentrick. Da gibt es ja auch die Realverfilmung. Genau. Aber früher. Das war so Gruselmomente als Zeichentrick. Fand ich schon cool. Fand ich schon wirklich cool. Da fällt mir doch gerade ein. Bei der Serie. Bei der Real-Life-Serie. Da hat auch mal, glaube ich, Arnold Schwarzenegger eine Folge. Regie geführt. Meine ich. Aber ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Das ist meine. Das finde ich aber stark. Hier haben wir noch die Kickers. Sehe ich auch noch. Genau. Wie Captain Zubasa. Also auch Ende der 90er. Sogar Figuren. Ja. Die ist aus der Blacktas Edition. Genau. Aus dem Spiel. Und die Figur habe ich mir aus Spanien mal mitgebracht. Da gab es auch noch von Taro Mizaki das Gegenstück dazu. Finde ich auch gerade schön. Das habe ich, glaube ich, bisher auch noch nicht gehabt. Also auch noch nicht gesehen. Das geht immer hier in eine ganz andere Richtung. Also ansonsten so Spiele, Filme. Das ist ja noch mal was anderes als so so Kindheitsgeschichten. Also da bin ich auch ganz, ganz viel schon hinterhergejagt jetzt. Dass ich die Sachen nochmal irgendwie bekomme. Du hast ja gesagt, ich sollte ja auch nochmal so ein, zwei Highlights rausholen. Ich habe auf jeden Fall auch noch ein Highlight. Ja. Immerher damit. Wir stöbern hier jetzt mal. Ja, genau. Es gibt jetzt hier keine Struktur oder so. Und zwar das hier auch gar nicht so einfach zu bekommen. Aber das ist mein absoluter Lieblings-Spider-Man als Serie. Früher, ich glaube, 94 oder so. Auf RTL lief das immer. Da habe ich ja auch alle Folgen. Da fing die dann an, so langsam mit so ein bisschen Computer mit reinzumachen und so weiter. Aber halb monatlich natürlich noch viel. Das ist ja auch genau der Zeichenstil, den ich so mit Spider-Man verbinde. Genau. Genau der. Genau die Optik. Fand ich mega. Du warst schon so einen Ticken Erwachsener auch. Genau. Da gab es ja noch eine Nummer drunter, die war noch ein bisschen rudimentärer. Richtig. Das war dann mit den Cover-Varianten und so weiter. Hier stehen dann halt die Episoden drauf mit Namen und so weiter. Boah. Aber das ist schon... Hast du das eben gesagt? Entschuldigung. Ist das importiert? Nee. Also es sind... Gibt es das hier? Das ist ja ganz englisch, ne? Das ist jetzt englisch. Wahrscheinlich wird das irgendwann mal importiert worden sein oder sollte denn. Aber die gesamte Serie ist auf Deutsch. Geil. Das ist alles auf Deutsch. Können wir einmal mal eben hier so diese Bilder zeigen, weil das ist wirklich... Das sieht einfach richtig geil aus. Ja, genau. Wenn wir mal durchblättern. Du hältst fest und ich blätter. Ja, genau, genau. Wie viele Leute braucht man, um einen so eine Edition zu filmen? Drei. Drei. Einer hält, einer blättert, einer filmt. Also... Wer da keine Kindheits-Nostalgie-Gefühle kriegt... So, oder? Dann kann er nicht mehr helfen. Wenn er... Auch geiler Fun-Fact, das ist Blade. Blade ist übrigens eine Spider-Man-Figur und wurde... Ursprünglich, ja, ja. Genau, ursprünglich auch in den 90ern. Morbius ja auch. Kam auch von Spider-Man. Ausgekoppelt da. Ja, genau. Und so war Blade in der Zeichentriebe. Wie Wesley Snipes. Ja, genau. Ganz genau so. Aber Blade, komm, die Filme sind geil mit Wesley. Super. Also eins und zwei. Der dritte kann man sich ein bisschen streiten. Ja. Aber, was man an der Stelle sagen muss, Blade 3... Eigentlich hat Reynolds damals schon seine Rolle gespielt, die er heute immer noch spielt. Ja. Quasi wie Deadpool. Dumme Sprüche. Ja, genau, genau. Das kommt doch schon immer gut. Das passte da auch schon perfekt. Ja, ja. Genau. Und die wurden auch... Ich weiß nicht, wie hoch die Stückzahl jetzt war. Ich habe jetzt Nummer 954. Also 1000 gibt es bestimmt. Nehme ich jetzt mal an. Kann aber auch 5000. Vielleicht auch nur 954. Vielleicht auch nur 954. Vielleicht auch nur 954. Dann wäre, wenn man die letzte oder die erste Nummer hat, immer gut. Immer gut. Ja, das stimmt. Die erste oder letzte. Ja, das zum Beispiel ist auf jeden Fall ein Highlight meiner Sammlung auf jeden Fall. Richtig geil. Die zum Beispiel habe ich auch schon einmal wieder durchgesuchtet komplett. Ja. Da kann man da noch nicht mit aufhören, ne? Ne. Und du hast auch bei jeder Folge einfach gedacht, geil, das ist so cool gemacht und hat wirklich Spaß gemacht einfach nochmal nachzukommen. Ich finde auch diese Aufmachung, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja. Also die Art und Weise würde ich mir für mehr Sachen wünschen. Gerade für Serien. Ja. Also auch für andere. Das muss ja nicht mal für Zeichentricks sein. Finde ich total geil. Da könntest du, guck mal, nur so eine Komplett-Edition Game of Thrones, nehmen wir mal das Beispiel, würde da genauso gut mit funktionieren. Ja, klar. Natürlich. Das wäre schon ein tolles Format. Finde ich auch geil. Richtig geil. Also das fand ich auch richtig, richtig stark. Was ich auch Highlight meiner Sammlung würde ich sagen, ist auf jeden Fall hier die Eternia Collection von He-Man. Gab es auch in einer ganz geringen Auflage nur. Ich habe es auch noch nicht ausgepackt, nicht weil ich es OVP lassen möchte, sondern weil ich es auch da nicht geschafft habe. Das ganz Besondere hier dran ist, also natürlich tausend Gimmicks drin, ne? Ja. Poster, irgendwelche Karten und so ein Kram. Ja. Finde ich natürlich alles cool. Aber das aller stärkste, was mich daran wirklich begeistert hat, ist die Original-Synchron-Stimme von den VHS von früher. Okay. Die ist da mit drauf. Gab es vorher nicht. Ist ja nochmal alles neu vertont worden. Wurde nachsynchronisiert. Genau. Auch die Blu-Rays und so weiter von He-Man. Den Fluch gibt es ja leider häufiger, ne? So nachsynchronisierte Sachen. Konnte mir die Stimme auch nicht geben. Und da ist die... Ich spüre die Frustration in seiner Stimme. Und da ist wirklich der Ton dann drauf von den VHS-Kassetten von früher. Ja, geil. Da habe ich mich so drüber gefreut. Da habe ich direkt zugesprochen. Man so denkt, ich dachte, ich höre das nie wieder. Wollte ich unbedingt haben. Das war cool. Das ist fast so cool wie das Lichtschwert, was hinter dir steht. Ja. Ja. Entschuldigung, aber da kommt wieder mein Star-Wars-Dödel durch. Ja, genau. Das ist das Schwert von Cal Kestis. Ja. Und muss ich auch sagen, das fand ich eine sehr coole Figur aus den Spielen. Ich mag Cal Kestis wohl. Und für mich persönlich eins der schönsten Lichtschwerter. Das ist auch sehr schön. Was in dem Star-Wars-Universum gibt. Gibt. Ist das das aus der Special Edition oder ist das irgendwie extra gekauft? Ne, das ist aus der Special Edition, aus der Collector's Edition von The Fallen Order. Ja. Aber der Standfuß ist nicht aus dem Fall. Richtig. Ein sehr guter Freund von mir hat mir den selbst gebaut. Ja. Auch mit dem blauen Kristall und so weiter. Ja, ja. Das fand ich sehr schön und hat auch einen sehr schönen Platz hier bekommen. Ja. Sehr präsent. Ja. Das fände mir gut. Das fände mir gut. Aber wir wollen natürlich nicht über Star-Wars reden heute. Weil dann reden wir nur noch über Star-Wars. Ja, wahrscheinlich. Natürlich. Aber ich finde, ich habe es ja eben am Anfang schon mal gesagt, wenn man sich hier so ein bisschen umguckt, es wirkt irgendwie alles voll wohl sortiert und schön und aufgeräumt, obwohl ganz viele verschiedene Sachen hier zusammenkommen. Ja, genau. Also gerade in dem Regal da auf der Rückseite können wir ja gleich nochmal reingucken. Ja. Damit wir hier mal so ein bisschen merken, so wo wir eigentlich schon waren. Wir waren jetzt hier so ein bisschen und da so ein bisschen. Genau. Also ich sage mal so, es ist ja sehr durchmischt. Auch dem Platz natürlich ein bisschen geschuldet. Ja, natürlich. Stehen Drangball-Sachen, manchmal auch bei Assassin's Creed-Sachen. Aber es ist ja fast das selber auch. Bisschen bekannt. Ja, natürlich. Als ätziger Auditore dann Kamehameha machte. Wissen wir alle, genau so ist es passiert. Und die Borja weggerockt. Ja, genau. Aber Assassin's Creed, ja, das können wir ja mal, lass uns mal rüber gehen, weil das finde ich, das ist einfach schön anzugucken. Ja, also muss man jetzt mal ganz klar sagen, da drüben seht ihr komplett gefühlt fast alle Figuren, die es gibt. Ich habe schon gelernt, es sind nicht alle. Dir fehlen ein, zwei Charaktere. Ne. Charaktere nicht, aber Figuren. Ich erkläre es mir nochmal. Es gibt von den Spielen, die rausgekommen sind, meistens immer eine Collectors Edition. Genau. Dann gab es eine Figur halt dazu. Ja. Davon habe ich die meisten, auch nicht alle. Die meisten davon würde ich sagen, habe ich. Aber es gab dann auch immer nochmal so ein paar Sondereditionen, die du nur im Ubisoft-Shop dann kriegen konntest. Alles klar. auch nicht lange. Aber es gab zum Beispiel von Arno. Dübel? Genau. Was denn? Arno? Ja, nein. Oh Gott. Entschuldigung. Es gab zum Beispiel fünf verschiedene große Figuren. Ja. Ja, 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 ja. Ich habe glaube ich zwei. Ich habe einmal das Diorama mit seiner Liebschaft da und einmal in dem Regal da hinten habe ich nochmal eine stehen. Ja, also alle davon habe ich halt nicht. Fünf Figuren für jeden Geld heute. Ja. Ja, nee, sorry. Wie viele Figuren sind das von Assassin's Creed? Wir haben ja hier oben da die ganz, das sind nur Assassin's Creed, ne? Aber He-Man steht auch dahinter. Ja, genau. Und hier drüben steht auch ein, zwei. Aus der Netflix-Serie sind das die Figuren. Ich habe auch nur He-Man und Battle Cat. Die lasse ich auch auf OVP. Das habe ich einfach mir nur geholt. Aus der neuen Serie. Aus der ganz neuen, die jetzt auf Netflix ja. Genau. Ja, also hier stehen ja auch nochmal zwei Assassin's Creed Figuren. Da habe ich nochmal vier insgesamt. Da neben dem Regal stehen auch noch welche. Weiß ich nicht. 30? 25? Ja. Werden es wohl ungefähr sein. Das ist schon Wahnsinn. Aber was auch wirklich schon gut ist. Für jede einzelne Figur habe ich auch noch immer das Kartonchen. Du hast aber noch keinen Lagerraum angemietet wie ich, um deine Originalverpackung unterzukriegen. Ne. Weil dein Keller schimmelt. Wir haben Gott sei Dank keinen. Dein Keller. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Weißt du, was mich die ganze Zeit schon anlacht? Das da. Was genau? Deine hier da. Ich mache hier mal eben zu. Das ist glaube ich vom Licht besser. Okay. Das ist schwarze Augen. Mir sagt das was. Aber ich kann, also das habe ich hier gesehen. Das sieht irgendwie aus wie Groschenromane. Ja. Was ist das? Gar nicht. Genau. Das ist ein Pen and Paper Rollenspiel aus den 90ern. Pen and Paper. Alles klar. Es gab sogar so eine Art Newsletter früher, der ging rum. Geil. Das ist von Mitspiele direkt gemacht worden, damit man immer aktuelle Geschehnisse in ganz Aventurien wusste. Du hast quasi immer mit der Zeit auch gespielt. Ja. Das heißt, wenn irgendein berühmter König oder so dann gestürzt oder verstorben ist, warum denn auch immer, dann musste, was heißt musste, aber man konnte sich dann quasi danach dann richten und dann hat sich die Welt dadurch auch verändert. Das ist schon spannend. Also was Leute sich so an ihrer Fantasie alles so erdenken, das ist schon unendlich. Fand ich gut. Sehr viele Stunden habe ich da früher mit verbracht. Glaube ich. Ich habe auch noch die ganzen Regelkästen hier vorne aufstehen. Ja. Hast du selber gespielt oder hast du Spielleiter? Ja, viel. Ich habe jetzt vor ein paar Jahren, genau, der Meister. Meister, danke. Der Meister. Ich habe den Meister jetzt vor ein paar Jahren einmal gemimt, sage ich mal. Das ist was ganz anderes, aber ich war halt derjenige aus der Gruppe mit der meisten Erfahrung, deswegen habe ich den Meister dann gemacht. War sonst aber noch Spieler. Ja. Ich habe gerade den Gedanken, er kommt Meister vom Meisten, am Meisten, der Meister kann am Meisten. Gibt es da einen Wortstamm zusammen? Folgt mir mehr für mal auf meinem Dramatik-Kanal. Genau. Ich bin hier so hin und her, hier gibt es noch so, was ich noch gesehen habe, da unten hast du noch so PC-Spiele stehen. Ja, das sind fast alles. So Bigboxen. Ja genau, PC-Spiele aus meiner Kindheit halt noch. Also ich habe Diablo viel gespielt da, genau. Bleifuss, Warcraft ganz viel gespielt. Bleifuss? Oh Gott, das habe ich schon komplett vergessen. Bleifuss, wie geil. Bleifuss. C&C Renegade, Come on and Conquer. Ja, mega. Also es ist doch, und Warcraft 3, unglaublich viel gespielt früher. Warcraft 2. Mir sticht sowas immer nur ins Auge, weil ich halt selber früher am PC angefangen habe am meisten zu spielen. Ich bin auch am PC angefangen. Und mir klingen, so PC-Packungen, die sehe ich immer sofort. Die geben mir viel mehr im ersten Moment, als wenn da jetzt alte NES-Spiele oder sonst was stehen. Das ist einfach genau meins, oh, Bigboxen, oh, Covered, kenne ich, kenne ich. Das sind halt noch so Überbleibsel aus meiner PC-Zeit noch. Schön. Also auch alles deins von früher? Ja. Stimmt. Was ich hier gerade noch sehe, darf ich was von diesem Ständer einmal runternehmen? Oh, na klar. Ja, geil, ne? Kommt, Leute. Das muss man einmal gezeigt haben. Dolf Landgren in der fantastischen Verfilmung. Der fantastische Verfilmung. Ja, ich fand die super. Wirklich? Ich fand die wirklich super. Einer der wenigen, oder? Das ist vielleicht Trash, würde ich gar nicht sagen. Ja. Oh Leute, ey. Das ist so krass einfach. Ich fand den klasse. Also damit bin ich auch groß geworden. Einer meiner wirklichen Filme, die ich sehr gerne... Witzig. Aber lass uns mal, ich muss mal sehen, wie wir das am besten mit der Kamera reinkriegen. Vielleicht gehst du einmal in die Ecke da. Weil diese Vitrine hier, das ist perspektivisch jetzt hier wirklich schwierig. Ich komme mal zu dir rüber. Ja, ja, ja. Weil hier ist wirklich einfach nicht so viel Platz. Genau. Aber die fand ich nochmal für alle Dragonball-Fans, glaube ich, sehenswert. Ja, würde ich sagen. Ich habe jetzt keinen Quatsch erzählt. Nein, das ist richtig. Ich bin ein großer Fan auch von Dragonball. Mir macht das sehr viel Spaß auch zu gucken. Ich habe jetzt traurigerweise gesehen, dass Akira Toriyana jetzt verstorben ist. Der Schöpfer von Dragonball an dieser Stelle, für alle, die es nicht wissen. Ja, ganz genau. Weil ich hätte es jetzt auch nicht gewusst, wenn es nicht gerade überall gewesen wäre. Ja, das ist klar. Es ging sehr viral jetzt. Ja, genau. Ja, und das sind halt so Figuren aus der Dragonball-Zeit, wo ich nicht nur viel geguckt habe, sondern auch dann... Ich hatte früher einen Mitschüler, Japaner und der ist dann auch ab und zu mal nach Japan, nach Hause. Ha! Praktisch. Aber der hat mich da halt so herangeführt. Der hat gesagt, guck dir das mal an, das ist total cool. Und ich habe die Figuren erst nur gesehen bei ihm dann zu Hause und habe mir gedacht, die sehen ja schon komisch aus. Weil ich wäre mit Sachen großgeworden, X-Men oder Galaxy-Rangers, Masken. Spider-Man! Ne-Man und so weiter, weißt du? Ja. Und von Anime oder sowas dann gar keine Ahnung. Ich bleibe da halt bis heute gar keinen Bezug zu. Deswegen finde ich es immer so spannend, wenn ich es mir von jemanden erklären lasse, der da Bock drauf hat. Weil da merkt man immer so, was da für so ein Feuer brennt und wie geil das alles ist. Das ist schon geil. Da sind viele epische Sachen schon dabei gewesen. Das muss ich echt sagen. Jetzt auch die neue Dragonball Super, auch schnell durchgesuchtet. Dragonball Super, geht es noch weiter? Oder die haben doch immer so elendig lange Namen? Dragonball Super, Z, 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 Super. Ja genau, es gibt Dragonball, Dragonball Z, dann kam Dragonball GT raus. War aber so ein Zwischending. Hatten wir da eigentlich ein Storyings zu tun gehabt. Okay. Dann kam jetzt Dragonball Super, kam jetzt raus. Ja, ich denke, da wird noch was kommen. Okay. Und von welchem, was für einem Hersteller? Sind das alles dasselbe Hersteller? Wandai ist viel dabei. Wandai ist viel dabei. Ja. Das ist mir gerade empfangen. Kotobiku, ja. Kotobu... Kotobuku... Kotobuku... Ja genau, ne? Kotobukuja. Ja genau, Kotobukuja. Kotobuki... Kotobuku... Kotobuki... 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 Ich kann nicht... Das sind auch einige Figuren. Hatte ich so meine Probleme mit. Mittlerweile gar nichts. Und die machen ja auch viel, also, Batman-Figuren und so. Staros! 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 Ich habe jetzt Batman gesagt, weil wir nicht über Staros reden wollten. Ach so. Ja. gekriegt. Apropos Retro-Trash, du hast da oben einen Furby stehen. Ich glaube, den kriegen wir nicht auf die Kamera gerade, den blende ich, den blende ich, hallo, den blende ich euch ein, aber ist da ein echter Furby von damals? Das ist ein echter Furby aus den heutigen Jahren, ja. Der kann auch noch die Sätze, die du ihm damals beigebracht hast. Vielleicht, wenn er noch angeht, bestimmt. Wenn man den jetzt anmacht, da kommen so ganz, ganz schweinische Witze erzählt. Kann sein, ne? Also was hat man doch früher den erzählt, ne? Also in der Jugend hat man doch den, als erstes, was man ihm beigebracht hat, war Blödsinn. Ja, keine Ahnung. Irgendwas, hast du natürlich alles gepiept jetzt hier an dieser Stelle, weil wir können uns, wir sind ja nicht so, wir reden ja ganz erwachsen miteinander. Wir reden ja wirklich ganz erwachsen miteinander. Du musst mir nur sagen, wann wir damit anfangen. Da ist dein Himmenschwert. Da ist eins meiner Himmenschwerter, genau. Das ist, was du da oben seht, das ist übrigens auch von demjenigen, der den Ständer hier für das Lichtschwerg gebaut hat, hat er auch selber gemacht. Das hat er mir mal zum Geburtstag geschenkt. Das fand ich richtig toll von ihm. Ist das aus Holz? Nein. Ja, genau, genau, das ist das. 3D gedruckt? Nein, das ist, das hat er, ja, das hat er wirklich quasi vorgezeichnet aus so einem ganz großen Stück. Ja. Ich weiß nicht, so ein Holz-Plastik-Gemisch, ich kann dir gar nicht sagen, was das ist. Und das hat er dann ausgeschnitten, geschmiert, gefeilt, ja. Ja, fand viel Mühe, fand ich richtig toll. Fand ich super. Deswegen hat das auch einen schönen Platz hier bei mir bekommen. Und Verbindung ist natürlich auch da, ne? Natürlich, natürlich. Was ich noch fragen wollte, weil ich glaube, ich habe es schon begriffen, aber das ist Magie hier, ne? Das ist Magie, ja, genau. Das ist Magnete, oder? Magnete sind dahinter, ja, genau. Ja, ich habe nur gedacht, die hängen da einfach so an der Wand, im ersten Mal, die hat ja jetzt nicht dran geklebt, oder? Also das brauche ich ihm nicht zu, dass du da was dazwischen klebst. Ich bin ja manchmal so einer, ich bin da ja schmerzbefreit und klebe manchmal auch Sachen einfach irgendwo drin. Das ist auch... Wenn man es rückstandslos wieder abkriegt. Ja, so Kleckband, kennst du so Kleckband? Nie benutzt, aber ja. Ja, das geht ganz gut tatsächlich, aber ist immer sehr wackelig. Habe ich früher noch in den Schuhen. Habe ich lange gehabt, weil ich zu blöd war, um eine Schleife zu binden. Wirklich sehr lange an dieser Stelle. Bis es dann irgendwann in meiner Größe keine Schuhe mehr gab, mit dem Kleck verstanden. Oh Gott. Ja, gut zu wissen. Ja, ja. Ich habe die da auch nur hingehangen. Das waren so von Spielen, die du bei Amazon zum Beispiel vorbestellt hast. Und da gab es die Stilbukle dazu. War jetzt für mich kein Kaufgrund. Das Spiel wollte ich trotzdem haben, aber ja, gab es die Stilbukle meistens dazu. Ja, Wahnsinn. Es ist so viel hier drin. Es gibt hier so viele schöne, bunte Dinge. Ich habe immer Angst, dass ich verpasse, hier irgendwas zu sehen. Aber natürlich, du kennst dich hier besser aus als ich. Deswegen, ist hier noch was, wo du denkst, ich habe hier drei... Du hast uns ja schon deinen Spider-Man gezeigt, diese schöne Collectors-Box. Genau, ich habe so ein, zwei Sachen habe ich auf jeden Fall noch. Ich habe hier zum Beispiel auch, habe ich auch geschenkt bekommen, Infinity Saga, komplette Marvel. Das sind die 4K-Scheiben auch in so einer richtig schönen, edlen Acryl-Glas-Box. Ich habe das vorhin schon gesehen. Ich habe es aber für Bücher gehalten oder so. Ja, genau. Aber das sind die Filme, genau. Wenn du die rausholst, also der Buchrücken quasi, also hier der Rücken der Filme, ergibt dann halt dieses Gesamtbild. Und wenn du die aber rausziehst, dann hast du das normale Film-Cover. Also das, was man auch auf den Discs dann hat. Was du auch auf den Discs dann zum Beispiel hast. Ja, ganz genau. Aber war die regulär im Verkauf so? Über Amazon, über die Staaten, aber... Staaten. 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 Aber ich habe, glaube ich, anderthalb Jahre darauf gewartet. Krass. Dass es kommt. Ja gut, aber darauf kann man auch mal anderthalb Jahre warten, finde ich. Das sieht schon ziemlich gut aus. Ich finde das auch. Das ist schon sehr beeindruckend. Muss ich auch sagen, finde ich richtig schick. Das sieht sehr beeindruckend aus. Finde ich schon sehr schick, auf jeden Fall. Fast so gut wie das Steelbook von Masters of the Kingdom. Was wirklich schön ist, by the way. Was wir eben gesehen haben, das ist wirklich schön. Ich sehe es gerade wieder, das ist auch so geprägt. Ja, genau. Das ist ein geiler Scheiß. Das finde ich auch schon cool. Ja. Dann habe ich die Dragon Ball super. Die gesamte Serie habe ich auch in so einer schönen Metallbox und alle einzelnen Sachen auch in der Steelbook, finde ich. Auch schön. Stealbox. Hätte ich jetzt auch im ersten Moment sofort hier für so Mangas gehalten. Ja, genau, genau. Also die kann man dann hier einzeln rausziehen. Finde ich auch richtig schön, edel auch gemacht. Absolut. Finde ich wirklich sehr schön. Sieht auch im Regal toll aus. Aber das ist eh so ein Ding, was ich in letzter Zeit gehört habe. Diese Boxen gibt es immer mehr, die drinnen so Styropor-Geschichten haben. Genau. Und das ist eigentlich eine geile Sache. Die sind nur zeitweise, also gerade bei dem, da ist jetzt ganz viel drin, keine Frage. Aber es gibt doch welche, wo irgendwie so drei, zwei drin sind und mega teuer einfach sind. Ist das hier zum Beispiel auch. Und Indiana Jones. Ja genau, Onmetrix. Die einfach wirklich teuer dann auch sind. Wie ich denke, wow. Ja. Ah. Und hier sind übrigens die Gläser, die ich aus Hamburg aus dem Comicladen mitgebracht habe. Oh, der Comic Cave. Ja genau. Aus dem alten Laden noch, wo du nicht durchlaufen konntest. Wenn dir jemand entgegengekommen ist, musstest du rückwärts laufen. Den gibt es immer noch. Stark. Da musst du auch immer noch rückwärts laufen. Rein, am besten schon rückwärts rein. Da wurdest du auch wirklich erschlagen mit Sachen. Ist auch ein toller Laden. Ist sehr knallhart. Haben auch einen schönen YouTube-Kanal. Ah, okay. Cool. Als Info. He-Man VHS, von dem zweiten He-Man of the Future, war damals bei einer Figur dabei. Ist so eine, ja quasi zur Serie der Anfangsserie. Laufzeit 20 Minuten. Enthält, Werbeeinblendung. Kauf das Spielzeug. Unter anderem, das Schwert fehlt mir zum Beispiel nicht mehr. Das habe ich nachgekriegt. Da unten ist es. Da unten ist es. Original verpackt übrigens noch. Du hast aber dann auch ein kleines Schatz. Der Skullstaff. Du filmst es aber schon. Ja, du filmst es schon. In der Mitte, der Karton. Genau. Und der Skullstaff von Skeletor ist auch noch original verpackt. Nice. Ja, ich glaube, also mit He-Man machst du... Die Sachen habe ich übrigens bei Manuel einpacken gelassen. Der hat mir die Sachen dafür ange... Und du gefunden hast, du ihn natürlich über... Sammelzimmer. Sammelzimmer, natürlich. Alle finden alles über Sammelzimmer. He-Man muss man immer zeigen, weil mit He-Man machst du vielen Leuten eine Freude, glaube ich. Da haben so viele Leute einen Bezug zu ihm. Das ist der Held meiner Kindheit. Wo ich immer denke, ich muss gepennt haben als Kind. Ich habe null Bezug zu He-Man. Und ich denke mir immer alle Leute um mich herum. Jakob, wie kannst du nur? Das ist... Ich weiß es doch auch nicht. Das ist der Held meiner Kindheit. Ich habe es doch nicht gesehen. Ja. Ich habe es doch nicht gesehen. Was soll ich denn machen? Das ist für mich der Held. Mein Held meiner Kindheit war... Wen haben wir denn hier? Ah, ich brauche auch einen Kindheitshelden. Jetzt mache ich es schnell. Ach, bist du... Ich weiß wirklich nicht, wer mein Kindheitshelden hat. Nee, habe ich auch nie gesehen. Als Erwachsener dann. Ja, ich glaube... Autsch, Autsch. Es hat bei mir... Das ging später los. Aber du hast doch gesagt, du magst Filme, ne? Ja, aber ich habe auch mit der VHS angefangen. Aber du wächst ja da rein. Hier, das ist der Held meiner Kindheit. Warte. Pierce? Nee, nicht Pierce, der andere. Achso, den habe ich auf der Seite gesehen. Ja, genau. Bond halt. Daniel Craig. Nein! Roger Moore und Sean Connery. Ja, klar. Ich fand die gut. Diese chauvinistischen Dreckschwein. Ja, aber ich muss sagen, optisch war Pierce Brosnan für mich der perfekte Bond. Der war schon gut. Optisch, so habe ich mir Bond immer vorgestellt. Nee, ich habe den mir immer vorgestellt wie Connery. Ehrlich? Wer den guckt und dabei nicht heult, ist kein Mensch. Sag ich euch jetzt, wie es ist. Wer dabei nicht heult, ist kein Mensch. Hast du geheult? Hast du den überhaupt nicht gesehen? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Du hast gesagt, du hast alles gesehen. Ja, ich habe den auch gesehen. Ich kaufe mir ganz oft Filme nach, die ich zum Beispiel erst ausgeliehen hatte oder sowas. Oh Gott, lass uns bloß nicht wieder mit Filmen anfangen. Das ist hier... Du hast mich ja zum Beispiel auch gefragt, gibt es etwas, was du zum Beispiel vielleicht hast oder aber nicht gerne sammelst? Ja, Mediabooks. Boah, die finde ich toll. Ist gar nicht meins. Warum nicht? Ich habe, das sind meine einzigen Mediabooks, die ich habe. Mehr sind es nicht. Sind ein paar richtig tolle Filme dabei. Zum Teil sind das aber auch Sachen, die gab es nur im Mediabook. Ich hätte natürlich lieber in das Steelbook gehabt. Sind meistens von Turbine Media. Weil das habe ich auch. Das ist ein richtig geiler Film. Dass jemand das sieht, eine Mediabook, das ist quasi wie so ein Buch. Genau. Nur halt mit Medi. Ich wusste gerade echt nicht, wie ich es anders erklären soll. Es ist halt ein Buch, wo eine Disc drin ist. Ja, genau. Ja, ist schon richtig. Ja, genau. Gut, gut, gut. Du lernst ja. Ich lerne noch. Twister. Alle von Turbine Media, die ja natürlich alles nochmal neu aufgelegt. Das muss man aber auch. Turbine bringt schöne Sachen raus. Die bringen ja nicht nur sowas raus. Und alles in Atmos. Das ist ja gerade das Schöne. Twister in Atmos? Ja. Wird der Film dadurch best? Ich hoffe. Ich weiß es gar nicht mehr. Es war einer unserer ersten DVDs damals, Twister. Ach, guck. Ja. Ich glaube, da war die ganze Familie krank. Und dann wurde bei Karstadt irgendwie drei, vier DVDs gekauft, um irgendwas zu gucken hatte. Meine allererste DVD steht hier. Das ist meine allererste DVD. Die habe ich mir gekauft. Das ist die X-Men, die Phönix-Saga. Die Zeichenträg-Serie. Das war meine allererste DVD. Und Spielfilm war meine allererste DVD. Damals Dennis. Mit Walter Matthau als Mr. Wilson. Das war meine allererste DVD. Meine erste war, ich glaube, Mission Impossible. Oh, okay. So zeitgleich gekauft. Also Mission Impossible. Jakob der Lügner, komischerweise. Oh, echt? War auch ein schöner Film mit Robin Williams. Ja. Aber jetzt nicht unbedingt so leichter Stoff. Ja, das stimmt. Aber das waren so die ersten beiden, von denen ich mich jetzt zurückerinnern kann, dass man die am Anfang gekauft hat. Bei der Blu-ray könnte ich es dir gerade nicht sagen. Blu-ray weiß ich es nicht. Blu-ray, wie gesagt. Das war so ein fließender Übergang. Und dann war man da so im Kaufrausch, als die neu rauskam. Meine allererste Blu-ray, das dürfte eigentlich das hier, glaube ich, gewesen sein. Ich habe mir die Matrix-Completbox gekauft. Das geht immer. So etwas gebe ich auch nicht weg. Das sind so Erinnerungsstücke. Ich habe natürlich jetzt, ich habe die in der Amaray 4K, die Steelbooks habe ich jetzt auch nochmal gekriegt. Ja, aber manche Sachen gebe ich da nicht weg. Das würde ich dann auch auch starker finden. Ich mag den Humor von... Hä, das ist nicht der Casino, den ich kenne. Will Ferrell ist auch mein Humor. Das würde ich auch gerne gucken. Ja, Jackie Channing auch Klassiker. Ich finde den Humor... Aber auch irgendwie so etwas... Also auch ein bisschen lame für den Steelbook jetzt. Ohne, also weiß ich nicht. Ohne, das wäre auch wieder ohne Interferenz. Ja, genau. Das Thema hatten wir heute schon zu Genüge. Ist manchmal schade. Ist das bei allen so? Ja, die Cover sind alle nicht so prägend. Es sind die gleichen wie die DVDs. Ja, genau. Das Thema hatten wir ja schon. Richtig, richtig. Das hatten wir ja schon. Ich finde auch, wenn man schon das Steelbook rausbringt, dann muss man auch ein ganz besonderes Cover-Inie nehmen. Aber ja, viel Mühe geben sich manchmal nicht. Das stimmt, das stimmt. Dafür geben wir uns hier um und dann Mühe, um euch alles zu zeigen, was es so schönes gibt. Du warst aber nicht im Bild, ne? Du warst so schnell weg. Ja, das ist schön. Oh, das macht nicht so das Cover. Das ist ja auch nicht so prägend. Jeder kennt das Cover, glaube ich, auch. Da ging es ja nur darum, dass ich ein bisschen philosophiere, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Genau. Ja, Mann, lieber. Also, ich bin hier immer, wie gesagt, ich bin immer noch erschlagen hier, wie immer, wie jedes Mal und denke irgendwie, Jakob, du musst doch den Leuten doch irgendwas zeigen. Aber ich glaube, wir haben schon sehr viel gezeigt. Ich denke auch. Wir haben uns recht lange unterhalten, glaube ich, auch viele Leute. Das ist mir nicht lang vorgekommen, aber ja. Muss man, muss man schon vorgekommen. Ja, wahrscheinlich schon. Kann man nicht so lang vor. Ich sehe drüben von der Kameraseite so ein erschöpftes... Ja, aber da wird ja geschnitten, Leute. Ich sage hier nur vom Erzähl. Nee, bei mir wird... Wir werden da rausgeschnitten. Bei mir wird nie was geschnitten. Bei mir wird nie was geschnitten. Ich habe keine Schulter, das tut mir immer weh. Okay. Dann machen wir an dieser Stelle jetzt einen Schnitt und sehen uns dann gleich nochmal im Kino wieder. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.